Erster Teil Jyn und Phyllis verbrachten einen wunderschönen Urlaub im All, so weit entfernt von allen bewohnten Planeten wie nur möglich. Zu jener Zeit waren interplanetare Reisen nichts Ungewöhnliches, die interstellare Fortbewegung war alltäglich. Raketen brachten Touristen zu den außergewöhnlichen Sehenswürdigkeiten des Planeten Sirius und Banker zu den berühmten Börsen von Arcturus und Aldebaran. Doch Jyn und Phyllis, ein reiches und müßig-gängerisches Paar, fielen im Kosmos durch ihre Originalität und ihren Hang zur Romantik auf. Sie durchstreiften das Universum zum Vergnügen, und zwar per Segel. Ihr Transportmittel war eine Art Kugel, deren Hülle, das Segel, erstaunlich dünn und leicht war. Das Gefährt bewegte sich von Lichtstrahlen getrieben durch den Weltraum. Wenn man ein solches Gefährt in der Nähe eines Sterns sich selbst überlässt, natürlich weit genug davon entfernt, damit das Gravitationsfeld nicht zu stark ist, bewegt es sich grundsätzlich in die direkt entgegengesetzte Richtung des Himmelskörpers. Doch da sich in Jyns und Phyllis Sternsystem drei Sonnen befanden, die nicht sehr weit voneinander entfernt lagen, empfing ihr Schiff Lichtschübe aus drei verschiedenen Richtungen. Jyn hatte sich daher einen äußerst raffinierten Steuerungsmechanismus ausgedacht. Das Segel war auf der Innenseite mit schwarzen Rollos versehen, die er nach Belieben ein- und ausrollen konnte, wodurch sich die Stärke der Lichtschübe veränderte, indem die Reflexionsintensität bestimmter Partien beeinflusst wurde. Außerdem konnte sich diese elastische Hülle je nach Wunsch des Piloten verbreitern oder zusammenziehen. Wenn Jyn also beschleunigen wollte, dehnte er das Segel auf den größtmöglichen Durchmesser aus. Dadurch bot es den Strahlen eine riesige Kontaktfläche, und das Schiff schoss mit einer irren Geschwindigkeit durch den Raum, wovon seiner Freundin Phyllis ganz schwindelig wurde, ein Schwindel, der ihn ebenfalls ergriff, sodass sie sich leidenschaftlich umarmten, wobei sich ihr Blick in den fernen, geheimnisvollen Abgründen verlor, zu denen sie ihre Reise führte. Wenn sie dagegen ihre Geschwindigkeit verringern wollten, drückte Jyn auf einen Knopf, und das Segel zog sich zu einer Kugel zusammen, die gerade groß genug war, dass sie beide eng aneinandergerückt darin Platz fanden. Das Licht hatte dann kaum noch eine Wirkung, und diese kleine Kugel, die in diesem Zustand ihrer eigenen Trägheit überlassen war, schien stillzustehen, als hinge sie in der Leere an einem unsichtbaren Faden. Die zwei jungen Leute verbrachten müßige und berauschende Stunden, in diesem begrenzten Universum, das sie auf ihre eigene Art für sich allein erschaffen hatten, und das Jyn mit einem Segelschiff bei Flaute und Phyllis mit der Luftblase einer Wasserspinne verglich. Jyn kannte noch ganz andere Tricks, die unter Segelkosmonauten als Gipfel der Kunst galten, zum Beispiel die Nutzung der Schatten von Planeten und Satelliten für Wendemanöver. Er führte auch Phyllis in diese Wissenschaft ein, sodass sie fast genauso geschickt darin wurde wie er und manchmal sogar noch verwegener war. Wenn sie am Steuer stand, kam es vor, dass sie sich auf Streifzüge bis an die Grenzen ihres Sternsystems begab, ohne dabei etwa auf einen Magnetsturm zu achten, der die Lichtwellen erschütterte und ihr Gefährt herumwarf wie eine Nussschale. Zwei- oder dreimal musste Jyn, der von dem Sturm aus dem Schlaf geschreckt wurde, wütend werden, ihr das Ruder entreißen und den Hilfsantrieb anwerfen, den sie prinzipiell ausschließlich in gefährlichen Situationen benutzten, um so schnell wie möglich einen Hafen zu erreichen. An diesem Tag lagen Jyn und Phyllis nebeneinander in der Mitte ihres Ballons, ohne sich um etwas anderes sorgen zu müssen als darum, ihre Ferien zu genießen und sich von den Strahlen der drei Sonnen braten zu lassen. Jyn hatte die Augen geschlossen und dachte einzig und allein an seine Liebe zu Phyllis. Phyllis selbst lag auf der Seite, betrachtete die unermessliche Größe des Universums und ließ sich wie so oft vom kosmischen Gefühl des Nichts in den Bann schlagen. Plötzlich erwachte sie aus ihrer Träumerei, runzelte die Stirn und richtete sich halb auf. Ein ungewöhnliches Blitzen hatte das Nichts durchzuckt. Sie wartete ein paar Sekunden und sah ein neues Aufleuchten, als würde ein Lichtstrahl von einem glänzenden Gegenstand reflektiert. Ihr Gespür für den Kosmos, das sie sich im Laufe ihrer Reisen angeeignet hatte, konnte sie nicht trügen. Außerdem teilte Jyn, der nun ebenfalls alarmiert war, ihre Meinung, und dass Jyn sich in einer solchen Sache irren sollte, war unvorstellbar. Ein Gegenstand, der im Licht glänzte, schwebte in einer Entfernung, die sie noch nicht genau bestimmen konnten durch den Raum. Jyn griff nach dem Fernglas und richtete es auf den geheimnisvollen Gegenstand, während Phyllis an seiner Schulter hing. »Das ist ein kleiner Gegenstand«, sagte er, »er scheint aus Glas zu sein.« »Lass mich doch gucken, er kommt näher. Er bewegt sich schneller als wir. Sieht so aus.« Sein Gesicht wurde ernst. Er ließ das Fernglas sinken und sie hob es sofort auf. »Das ist eine Flasche, mein Schatz.« »Eine Flasche?« Sie schaute selbst durch das Fernglas. »Ja, tatsächlich eine Flasche. Ich sehe sie ganz deutlich. Sie besteht aus durchsichtigem Glas. Sie ist verschlossen. Ich kann den Verschluss sehen. Da ist etwas Weißes drin. Papier. Bestimmt ein Manuskript. Jyn, wir müssen sie einsammeln.« Dieser Meinung war Jyn auch, und er hatte bereits mit geschickten Manövern begonnen, um sie in die Bahn des ungewöhnlichen Gegenstandes zu bringen. Dies gelang ihm schnell, und er verringerte die Geschwindigkeit der Kugel, um sich von dem Objekt einholen zu lassen. Währenddessen zog Phyllis ihren Raumanzug an und kletterte durch die Ausstiegsluke aus dem Segler. Draußen hielt sie sich mit einer Hand an einem Seil fest und machte sich mit einem Fangnetz mit langem Stiel in der anderen bereit, die Flasche aufzufischen. Es war nicht das erste Mal, dass sie auf merkwürdige Gegenstände stießen, und das Fangnetz hatte ihnen schon oft gute Dienste geleistet. Da sie langsam unterwegs waren und manchmal fast reglos verharrten, hatten sie einige Überraschungen erlebt und Entdeckungen gemacht, die Raketenreisenden vorenthalten blieben. Mit ihrem Netz hatte Phyllis bereits Teile von zersplitterten Planeten eingefangen, Fragmente von Meteoriten, die aus den Tiefen des Universums kamen, und Stücke von Satelliten, die zu Beginn der Eroberung des Weltraums ins All geschickt worden waren. Sie war sehr stolz auf ihre Sammlung, aber dies war das erste Mal, dass sie eine Flasche fanden. Noch dazu eine Flasche mit einem Manuskript darin, denn daran zweifelte sie nicht mehr. Sie zitterte vor Ungeduld am ganzen Körper, während sie wie eine Spinne am Ende ihres Fadens herumturnte und ihrem Begleiter durch das Funkgerät Anweisungen zurief. »Langsamer, Gin! Nein, ein bisschen schneller! Sie überholt uns gleich! Nach Backbord! Nach Steuerbord! Weiter so! Ich hab sie!« Sie stieß einen Triumphschrei aus und kletterte mit ihrer Beute zurück an Bord. Es war eine große Flasche, deren Öffnung sorgfältig versiegelt worden war. Im Inneren sah man eine Papierrolle. »Gin! Zerschlag sie! Mach schnell!« rief Phyllis und stampfte vor Ungeduld mit den Füßen. Gin, der ruhiger war, entfernte vorsichtig Stück für Stück das Wachs. Doch als er es geschafft hatte, die Flasche zu öffnen, bemerkte er, dass das Papier eingeklemmt war und nicht herausrutschen konnte. Endlich gab er dem Drängen seiner Freundin nach und zerschlug das Glas mit einem Hammer. Das Papier entrollte sich von selbst. Es waren viele hauchdünne Seiten, die mit feiner Schrift bedeckt waren. Das Manuskript war in einer Sprache der Erde verfasst, die Gin perfekt beherrschte, da er einen Teil seiner Studienzeit auf diesem Planeten verbracht hatte. Ein seltsames Unbehagen hielt ihn allerdings zunächst davon ab, mit dem Lesen des Dokumentes zu beginnen, das ihnen auf so merkwürdige Art und Weise in die Hände gefallen war. Doch angesichts Phyllis übermäßiger Aufregung gab er schließlich nach. Sie selbst verstand die Sprache der Erde nicht gut und war daher auf seine Hilfe angewiesen. »Gin! Ich bitte dich!« Er verringerte das Volumen der Sphäre so weit, dass sie nur noch langsam durch den Raum schwebte und vergewisserte sich, dass vor ihnen kein Hindernis in Sicht war. Dann streckte er sich neben seiner Freundin aus und begann, das Manuskript vorzulesen. »Ich vertraue dieses Manuskript dem Weltraum an, nicht in der Hoffnung auf Hilfe, aber um vielleicht dabei helfen zu können, die schreckliche Plage abzuwenden, die die menschliche Rasse bedroht. Möge Gott uns gnädig sein!« »Die menschliche Rasse?«, betonte Phyllis erstaunt. »So steht es hier«, bestätigte Jinn. »Unterbrich mich doch nicht gleich am Anfang«, und er las weiter. »Ich selbst, Ulysse Meroux, bin mit meiner Familie im Raumschiff geflohen. Wir können hier jahrelang überleben. An Bord züchten wir etwas Gemüse und Obst und haben auch einige Hühner. Uns fehlt es an nichts. Vielleicht finden wir eines Tages einen bewohnbaren Planeten. Diese Hoffnung wage ich kaum auszusprechen. Doch hier folgt nun der wahrheitsgetreue Bericht meiner abenteuerlichen Erlebnisse. Im Jahr 2500 brach ich mit zwei Begleitern per Raumschiff auf, mit der Absicht, bis zu jener Region des Alls vorzudringen, in der ganz einsam der Überriesenstern Betai-Geuze thront. Es war ein gewagtes Projekt, das umfangreichste, das jemals auf der Erde in Angriff genommen wurde. Betai-Geuze Alpha Orionis, wie unsere Astronomen ihn nannten, ist ungefähr 300 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. Der Stern ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Erstens wegen seiner Größe. Sein Durchmesser ist 300 bis 400 Mal so groß wie der unserer Sonne, was bedeutet, dass sich dieses Monster, wenn es an die Stelle der Sonne gesetzt würde, bis zur Umlaufbahn des Mars erstrecken würde. Zweitens aufgrund seiner Helligkeit. Es ist ein Stern der ersten Größenordnung, der hellste im Sternbild Orion, von der Erde aus trotz der Entfernung mit bloßem Auge zu erkennen. Drittens wegen der Art seiner Strahlung. Er stößt rotes und orangefarbenes Feuer aus, was fantastisch aussieht. Außerdem ist seine Helligkeit nicht konstant. Sein Schein verändert sich abhängig von seinem Durchmesser im Laufe der Zeit. Beta-Igoize ist ein pulsierender Stern. Warum wurde nach der Erforschung des Sonnensystems, dessen Planeten alle unbewohnbar sind, ein so weit entfernter Planet als Ziel des ersten interstellaren Flugs ausgewählt? Der weise Professor Antell setzte diese Entscheidung durch. Als Hauptorganisator des Unternehmens, dem er sein gesamtes, immenses Vermögen gewidmet hatte, und als Leiter unserer Expedition hatte er selbst das Raumschiff entwickelt und seinen Bau beaufsichtigt. Auf der Reise erklärte er mir den Grund für seine Wahl. »Mein lieber Ulysse«, sagte er, »es ist für uns nicht schwieriger und dauert auch kaum länger, Beta-Igoize zu erreichen, als einen viel näher gelegenen Stern, zum Beispiel Proxima Centauri.« An dieser Stelle fand ich es angemessen, Protest einzulegen und meine frisch erworbenen astronomischen Kenntnisse zu demonstrieren. Kaum länger? Aber der Stern Proxima Centauri ist nur vier Lichtjahre entfernt, während Beta-Igoize 300 Lichtjahre entfernt ist, das ist mir auch klar. Doch wir werden lediglich etwas mehr als zwei Jahre brauchen, um dort anzukommen, während eine Reise zur Region von Proxima Centauri nur sehr wenig kürzer wäre. Sie gehen vom Gegenteil aus, da sie an diese Flohsprünge zwischen unseren Planeten gewöhnt sind. Zu Beginn ist bei ihnen eine starke Beschleunigung zulässig, weil sie nur wenige Minuten dauert, da die zu erreichende Reisegeschwindigkeit so lächerlich gering ist und in keinem Verhältnis zu unsrigen steht. Es ist an der Zeit, dass ich ihnen etwas näher erläutere, wie unser Schiff funktioniert. Dank seines perfektionierten Raketenantriebs, dessen Entwicklung ich mir selbst zuschreiben darf, kann sich dieses Schiff mit der höchsten im Universum vorstellbaren Geschwindigkeit eines materiellen Körpers fortbewegen, also mit Lichtgeschwindigkeit minus Y. Minus Y? Damit will ich sagen, dass es sich daran bis auf eine unendlich kleine Größe annähern kann, in der Größenordnung eines Milliardstels, wenn Sie so wollen. Gut, sagte ich. Das verstehe ich. Sie müssen außerdem wissen, dass sich bei unserer Geschwindigkeit unsere Zeit spürbar von der Erdzeit unterscheidet. Das bedeutet, dass dieser Unterschied umso größer wird, je schneller wir uns bewegen. In diesem Moment, seit Beginn unserer Unterhaltung, haben wir ein paar Minuten erlebt, die auf unserem Planeten einer Dauer von mehreren Monaten entsprechen. Bei Höchstgeschwindigkeit wird für uns fast gar keine wahrnehmbare Zeit mehr vergehen. Ein paar Sekunden für Sie und mich, ein paar Schläge unserer Herzen, werden auf der Erde einer Zeitspanne von mehreren Jahren entsprechen. Auch das verstehe ich noch. Das ist ja sogar der Grund, warum wir hoffen können, das Ziel zu erreichen, bevor wir tot sind. Aber warum dauert die Reise dann zwei Jahre? Warum nicht nur ein paar Tage oder Stunden? Darauf wollte ich gerade hinaus. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir mit einer Beschleunigung, die für unsere Körper noch zu verkraften ist, ungefähr ein Jahr brauchen, um die Geschwindigkeit zu erreichen, bei der die Zeit nicht mehr vergeht. Ein weiteres Jahr werden wir brauchen, um unsere Geschwindigkeit wieder zu reduzieren. Begreifen Sie jetzt, wie unser Flugplan aussieht? Zwölf Monate für die Beschleunigung, zwölf Monate für den Bremsvorgang und dazwischen nur ein paar Stunden, in denen wir den größten Teil der Reise zurücklegen werden. Zugleich verstehen Sie, warum es nicht viel länger dauert, zum Beta-Igoize zu reisen, als zum Proxima Centauri. Im letzteren Fall hätten wir dasselbe unverzichtbare Jahr für die Beschleunigung gebraucht und dasselbe Jahr zum Abbremsen und dazwischen vielleicht ein paar Minuten anstatt ein paar Stunden. Insgesamt ist der Unterschied unbedeutend. Da ich langsam alt werde und wohl nie wieder die Kraft für eine weitere Reise aufbringen werde, wollte ich lieber gleich ein weit entferntes Ziel ansteuern, in der Hoffnung, eine Welt zu entdecken, die völlig anders ist als die unsere. Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir unsere freie Zeit an Bord, und sie sorgten zugleich dafür, dass ich die außergewöhnliche wissenschaftliche Arbeit von Professor Antell mehr und mehr zu schätzen lernte. Es gab keinen Bereich, den er nicht schon erforscht hatte, und ich war froh, dass ein solcher Mensch dieses gefährliche Unternehmen leitete. Wie er vorhergesagt hatte, dauerte die Reise nach unserer Zeitrechnung ungefähr zwei Jahre, während auf der Erde dreieinhalb Jahrhunderte vergingen. Dies war der einzig unpraktische Aspekt bei einem so weit entfernten Ziel. Sollten wir eines Tages zurückkommen, wäre unser Planet um 700 bis 800 Jahre gealtert. Doch darum machten wir uns kaum Gedanken. Ich vermutete sogar, dass die Aussicht, den Menschen seiner Generation zu entkommen, für den Professor ein weiterer Anreiz war. Er gab oft zu, dass sie ihm auf die Nerven gingen. »Die Menschen, immer die Menschen,« bemerkte Felice noch einmal. »Die Menschen,« bestätigte Jinn. »So steht es hier.« Auf dem Flug gab es keine ernsthaften Zwischenfälle. Wir waren vom Mond aus losgeflogen. Die Erde und die Planeten verschwanden rasch. Wir hatten beobachtet, wie die Sonne schrumpfte, bis sie nur noch eine Orange am Himmel war, eine Pflaume, dann ein leuchtender, dimensionsloser Punkt, ein einfacher Stern, den nur der Professor mit seinem Wissen über die Milliarden anderen Sterne der Galaxis vom Rest unterscheiden konnte. Wir lebten also ohne Sonne. Doch das schadete uns nicht, da das Schiff mit gleichwertigen Lichtquellen ausgestattet war. Wir langweilten uns auch nicht. Die Gespräche mit dem Professor waren fesselnd. Ich lernte in diesen zwei Jahren mehr als in meinem ganzen vorherigen Leben. Ich erfuhr auch alles, was nötig war, um das Raumschiff zu steuern. Es war relativ einfach. Man brauchte den elektronischen Geräten nur ein paar Anweisungen zu geben, und schon führten sie sämtliche Berechnungen durch und gaben direkt die entsprechenden Manöver in Auftrag. Unser Garten bot uns angenehme Abwechslungen. Er hatte eine wichtige Funktion an Bord. Professor Antel, der sich unter anderem auch für Botanik und Landwirtschaft interessierte, hatte die Reise dazu nutzen wollen, einige seiner Theorien über das Wachstum von Pflanzen im Weltall zu überprüfen. Ein würfelförmiger Raum mit einer Seitenlänge von fast zehn Metern bot dafür Platz. Mithilfe von Regalen wurde der gesamte Raum genutzt. Die Erde wurde mit chemischen Düngemitteln angereichert, und kaum zwei Monate nach unserer Abreise konnten wir freudig dabei zuschauen, wie alle möglichen Gemüsesorten wuchsen, wodurch wir gesunde Nahrung im Überfluss hatten. Das Schöne war auch nicht vergessen worden. Ein Abschnitt war für Blumen reserviert, um die sich der Professor liebevoll kümmerte. Dieses Unikum hatte auch ein paar Vögel, einige Schmetterlinge und sogar einen Affen mitgebracht, einen kleinen Schimpansen, den wir Hector getauft hatten und der uns mit seinen Späßen unterhielt. Für mich war eindeutig, dass sich der weise Antell, obwohl er kein Misanthrop war, kaum für Menschen interessierte. Er verkündete oft, dass er nicht mehr viel von ihnen erwarte, und dies erklärt. »Misanthrop«, unterbrach Phyllis erneut verdutzt, »Menschen?« »Wenn du mich dauernd unterbrichst«, bemerkte Djin, »werden wir nie bis zum Ende kommen. Mach es doch so wie ich und versuch einfach, es zu verstehen.« Phyllis versprach, bis zum Ende der Lektüre still zu sein, und hielt ihr Wort. Dies erklärt zweifellos, warum er in unserem Raumschiff, das groß genug war, um mehreren Familien Platz zu bieten, eine solche Vielzahl von Gewächsen und einige Tiere versammelt und dabei die Zahl der Passagiere auf drei beschränkt hatte. So befanden sich an Bord nur er selbst, sein Schüler Arthur Levin, ein junger Physiker mit einer strahlenden Zukunft, und ich, Ulysse Meru, ein wenig bekannter Journalist, der den Professor zufällig bei einem Interview kennengelernt hatte. Er hatte vorgeschlagen, mich mitzunehmen, nachdem er erfahren hatte, dass ich keine Familie besaß und ganz ordentlich Schach spielte. Es war eine einmalige Gelegenheit für einen jungen Journalisten. Selbst wenn mein Bericht erst in 800 Jahren veröffentlicht werden sollte oder vielleicht gerade deswegen, würde er einen unvergleichlichen Wert haben. Ich hatte begeistert zugestimmt. Die Reise verlief also ohne Zwischenfälle. Die einzige Unannehmlichkeit war die erhöhte Schwere während des Beschleunigungs- und des Abbremsjahres. Wir mussten uns daran gewöhnen, dass sich unsere Körper ungefähr anderthalbmal so schwer anfühlten wie auf der Erde, ein zunächst etwas ermüdendes Phänomen, auf das wir jedoch bald nicht mehr achteten. Zwischen diesen zwei Abschnitten herrschte absolute Schwerelosigkeit, samt aller bekannten Merkwürdigkeiten dieses Zustands, doch dies dauerte nur ein paar Stunden und wir litten nicht darunter. Und dann, eines Tages, nach dieser langen Reise, durften wir einen völlig neuen Anblick bestaunen, den Stern Betai Goetze, der sich am Himmel abzeichnete. Man kann das erhabene Gefühl, das ein solcher Anblick auslöst, nicht beschreiben. Ein Stern, der gestern noch ein leuchtender Punkt in der Vielzahl anonymer Punkte am Firmament war, löste sich nach und nach vom dunklen Hintergrund, zeichnete sich plastisch im Raum ab, sah zunächst aus wie eine funkelnde Nuss und dehnte sich dann aus, während zugleich der Farbton kräftiger wurde, bis er einer Orange ähnelte. Letztendlich fügte er sich mit einem Durchmesser, der anscheinend der gleiche wie der unseres gewohnten Tageslicht spendenden Sterns war, in den Kosmos ein. Für uns war eine neue Sonne geboren worden, eine rötliche, ähnlich unserer sinkenden Sonne, deren Anziehungskraft und Wärme wir bereits spürten. Wir näherten uns Betalgeuze noch weiter, bis sein scheinbarer Durchmesser weit größer war als der jedes anderen bisher betrachteten Himmelskörpers, was uns einen atemberaubenden Anblick bescherte. Antel gab dem Computer ein paar Anweisungen, und wir fingen an, den Überriesen zu umkreisen. Dann baute der Gelehrte seine astronomischen Geräte auf und begann mit seinen Beobachtungen. Innerhalb kurzer Zeit entdeckte er vier Planeten, deren Ausmaß und Abstand zum zentralen Gestirn er rasch bestimmte. Einer von ihnen, der zweite von Betalgeuze aus, bewegte sich auf einer uns benachbarten Umlaufbahn. Seine Masse entsprach ungefähr der der Erde. Er besaß eine Atmosphäre, die Sauerstoff und Stickstoff enthielt. Er kreiste in einem Abstand um Betalgeuze, der ungefähr dreißigmal dem der Erde zur Sonne entsprach und empfing somit dank der Größe des Überriesen und unter Berücksichtigung seiner relativ niedrigen Temperatur eine Strahlung, die mit derjenigen vergleichbar war, die unser Planet auffängt. Wir beschlossen, uns diesen Planeten als erstes Ziel vorzunehmen. Nachdem der Computer mit neuen Anweisungen versorgt war, wurde unser Schiff sehr schnell in eine um den Planeten führende Umlaufbahn gebracht. Nun betrachteten wir bei ausgeschaltetem Antrieb in Ruhe diese neue Welt. Durch das Teleskop ließen sich Meere und Kontinente erkennen. Das Schiff war für eine Landung schlecht geeignet, doch wir waren für alle Fälle darauf vorbereitet. Wir verfügten über drei viel kleinere Fluggeräte mit Raketenantrieb, die wir Schaluppen nannten. In einem davon nahmen wir Platz und packten einige Messgeräte sowie Hector den Schimpansen ein, der wie wir über einen Raumanzug verfügte und daran gewöhnt war, diesen zu tragen. Unser Raumschiff ließen wir einfach weiter um den Planeten kreisen. Dort war es sicherer als ein im Hafen verankerter Passagierdampfer und wir wussten, dass es keinen Millimeter von seinem Orbit abweichen würde. Mit unserer Schaluppe war es einfach, sich einem solchen Planeten zu nähern. Sobald wir in die dichten Schichten der Atmosphäre eingedrungen waren, nahm Professor Anteil Proben der Außenluft und untersuchte sie. Er stellte fest, dass sie in der entsprechenden Höhe genau so zusammengesetzt war wie auf der Erde. Mir blieb kaum Zeit, über diesen wundersamen Zufall nachzudenken, weil der Boden rasch näher kam. Da der Computer sämtliche Vorgänge ausführte, blieb für mich nichts zu tun, als mein Gesicht an die Luke zu pressen und zuzuschauen, wie diese unbekannte Welt auf mich zukam, während mein Herz angesichts der Erhabenheit unserer Entdeckung glühte. Der Planet war der Erde merkwürdig ähnlich. Dieser Eindruck verstärkte sich mit jeder Sekunde. Ich konnte nun mit bloßem Auge die Umrisse der Kontinente erkennen, Die Atmosphäre war klar und wies einen schwachen, hellgrünen Ton auf, der manchmal ins Orange wechselte. Der Anblick erinnerte ein wenig an unseren Himmel in der Provence bei Sonnenuntergang. Der Ozean war hellblau und ebenfalls stellenweise grünlich. Die Form der Küsten war ganz anders als alles, was ich bei uns gesehen hatte, auch wenn meine Augen, die vor Aufregung und wegen der vielen Gemeinsamkeiten voreingenommen waren, wie besessen darauf bestanden, auch dort Ähnlichkeiten zu entdecken. Doch damit war es mit den Übereinstimmungen vorbei. Geografisch gesehen erinnerte nichts an unsere Erde. Nichts? Also wirklich. Im Gegenteil, das Wesentlichste. Der Planet war bewohnt. Wir flogen über eine Stadt hinweg, eine recht große Stadt, von der mit Bäumen gesäumte Straßen ausgingen, auf denen Fahrzeuge verkehrten. Ich hatte genug Zeit, einen Gesamteindruck von der Architektur zu bekommen. Breite Straßen und weiße, kastenförmige Häuser. Doch wir mussten ziemlich weit entfernt von der Stadt landen. Unser Kurs führte uns zunächst über bewirtschaftete Felder, dann durch einen dichten Wald, der rötlich gefärbt war und an unseren äquatorialen Dschungel erinnerte. Wir befanden uns jetzt auf sehr niedriger Höhe. Uns fiel eine Lichtung auf, die relativ groß war und zwischen schroffen Berggipfeln auf einem Plateau lag. Unser Anführer beschloss, sich auf das Abenteuer einzulassen und gab dem Computer die letzten Befehle. Ein Bremsraketensystem wurde eingeschaltet. Einige Augenblicke lang schwebten wir reglos über der Lichtung, wie eine Möwe, die einen Fisch belauert. Dann, zwei Jahre nachdem wir unsere Erde verlassen hatten, senkten wir uns sanft und landeten ohne Aufprall in der Mitte des Plateaus auf grünem Gras, das an jenes auf unseren normannischen Wiesen erinnerte. Nachdem wir auf dem Boden aufgekommen waren, verharrten wir eine ganze Weile lang unbeweglich und stumm. Dieses Verhalten mag überraschend erscheinen, doch wir verspürten das Bedürfnis, uns zu sammeln und unsere Energie zu bündeln. Wir waren in ein Abenteuer gestürzt worden, das tausendmal außergewöhnlicher war als das der ersten irdischen Raumfahrer, und wir bereiteten uns geistig darauf vor, jenen Merkwürdigkeiten zu begegnen, die mehreren Generationen von Dichtern in Bezug auf interplanetare Expeditionen in den Sinn gekommen waren. Im Moment sah es so aus, dass wir, eigentlich unglaublicherweise, sanft auf dem Grasboden eines Planeten gelandet waren, der wie der Unserige über Ozeane, Berge, Wälder, Anbaugebiete, Städte und mit Sicherheit auch Bewohner verfügte. Wir mussten uns jedoch relativ weit entfernt von zivilisierten Gebieten befinden, worauf die Fläche des Dschungels schließen ließ, den wir überflogen hatten, bevor wir mit dem Boden in Kontakt gekommen waren. Schließlich erwachten wir aus unserer Träumerei. Mit angelegten Raumanzügen öffneten wir vorsichtig eine Luke der Schaluppe. Innen- und Außendruck glichen sich an. Der Wald umgab die Lichtung wie eine Festungsmauer. Kein Geräusch, keine Bewegung störte sie. Die Temperatur war ziemlich hoch, aber erträglich. Sie lag bei ungefähr 25 Grad Celsius. In Begleitung von Hector kletterten wir aus der Schaluppe. Professor Antell musste zunächst die Atmosphäre genau untersuchen. Das Ergebnis war ermutigend. Die Luft war genauso zusammengesetzt wie auf der Erde, trotz einiger Abweichungen im Verhältnis der Edelgase. Sie war absolut atembar. Dennoch blieben wir vorsichtig und wollten zuerst sehen, wie es unserem Schimpansen Hector damit erging. Ohne seinen Anzug wirkte der Affe sehr glücklich und überhaupt nicht beeinträchtigt. Er war wie berauscht, wieder frei und auf festem Boden zu sein. Nach einigen Freudensprüngen lief er auf den Wald zu, sprang auf einen Baum und turnte auf den Ästen herum. Bald entfernte er sich und verschwand trotz unserer Handzeichen und Rufe. Nachdem wir selbst unsere Raumanzüge abgelegt hatten, konnten wir uns problemlos unterhalten. Der Klang unserer Stimmen beeindruckte uns, und wir wagten nur ein paar vorsichtige Schritte, da wir uns nicht zu weit von der Schaluppe entfernen wollten. Ohne Zweifel befanden wir uns auf einem Zwillingsschwesterplaneten unserer Erde. Es gab Leben. Die Vegetation war sogar besonders üppig. Einige der Bäume mussten über 40 Meter hoch sein. Vertreter des Tierreichs tauchten auch bald auf. Große, schwarze Vögel, die wie Geier am Himmel kreisten, und kleinere, die Papageien ähnelten und sich piepsend gegenseitig verfolgten. Aufgrund unserer Beobachtungen von der Landung wussten wir, dass auch eine Zivilisation existierte. Vernunftbegabte Wesen. Wir wagten noch nicht, von Menschen zu sprechen, hatten das Gesicht des Planeten geformt. Um uns herum wirkte der Wald jedoch unbewohnt. Dies war nicht überraschend. Wären wir zufällig in irgendeiner Ecke des asiatischen Dschungels gelandet, hätte uns dasselbe Gefühl der Verlassenheit überkommen. Bevor wir irgendetwas unternahmen, erschien es uns dringend notwendig, dem Planeten einen Namen zu geben. Wegen der Ähnlichkeit mit unserer Erde tauften wir ihn so rohr. Wir beschlossen, uns unverzüglich auf einen ersten Erkundungsgang zu begeben und folgten einer Art natürlichem Pfad in den Wald. Arthur Levin und ich selbst waren mit Gewehren bewaffnet. Der Professor lehnte alle materiellen Waffen ab. Wir fühlten uns leicht und gingen munter voran, nicht etwa, weil die Schwerkraft schwächer war als auf der Erde, auch in diesem Punkt war die Ähnlichkeit verblüffend, sondern weil uns der Unterschied zu dem starken, schwere Gefühl im Raumschiff dazu verleitete, herumzuspringen wie Zicklein. Im Gänsemarsch drangen wir weiter vor und riefen dabei manchmal nach Hector, blieben damit jedoch weiterhin erfolglos, bis der junge Levin, der voranging, anhielt und uns ein Zeichen gab zu horchen. Ein Rauschen, wie von fließendem Wasser, war in einiger Entfernung zu hören. Wir gingen weiter in diese Richtung, und das Geräusch wurde deutlicher. Es war ein Wasserfall. Als wir ihn sahen, waren wir alle drei von der Schönheit ergriffen, die so Rohr an diesem Ort für uns bereithielt. Ein Wasserlauf, der so klar wie unsere Gebirgsbäche war, wand sich oberhalb unserer Köpfe, breitete sich dann deckenartig auf einer Plattform aus und fiel aus mehreren Metern Höhe in eine Art See zu unseren Füßen. Ein natürliches Schwimmbecken, dessen Ufer aus einer Mischung aus Felsen und Sand bestand und dessen Oberfläche das Feuer von Betai-Goy zerspiegelte, der sich gerade im Zenit befand. Der Anblick dieses Wassers war so verführerisch, dass Levin und ich dasselbe Verlangen verspürten. Es war bereits sehr heiß. Wir zogen unsere Kleidung aus, bereit, kopfüber in den See zu springen. Doch Professor Antel ermahnte uns, ein wenig vorsichtiger zu sein, da wir gerade erst im System von Betai-Goy ze angekommen waren. Möglicherweise war diese Flüssigkeit gar kein Wasser, und sie mochte durchaus schädlich sein. Er näherte sich dem Ufer, ging in die Hocke, untersuchte sie und berührte sie dann vorsichtig mit einem Finger. Zum Schluss nahm er ein wenig davon mit der Hand auf, roch daran und benetzte seine Zungenspitze damit. »Das kann nur Wasser sein«, brummte er. Er bückte sich erneut, tauchte seine Hand in den See und erstarrte plötzlich. Mit einem Ausruf zeigte er auf eine Spur, die er gerade im Sand entdeckt hatte. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. Dort, unter den brennenden Strahlen von Betai-Goy ze, der über unseren Köpfen den Himmel einnahm wie ein riesiger, roter Ball, sah man auf einem schmalen Streifen aus feuchtem Sand, deutlich und bewundernswert klar umrissen, den Abdruck eines menschlichen Fußes. »Das war ein Frauenfuß«, bestätigte Arthur Levin. Diese entschiedene Bemerkung, die er mit gepresster Stimme vorbrachte, überraschte mich keineswegs. Sie drückte mein eigenes Empfinden aus. Die Zierlichkeit, die Eleganz und die einzigartige Schönheit des Abdrucks hatten mich zutiefst bewegt. Daran, dass der Fuß menschlich war, konnte kein Zweifel bestehen. Vielleicht war es der Fuß eines Jugendlichen oder eines kleinen Mannes, doch sehr viel wahrscheinlicher, und ich wünschte mir dies von ganzem Herzen, war es der einer Frau. »Soroa hat also menschliche Bewohner«, murmelte Professor Antell. In seiner Stimme lag ein Hauch von Enttäuschung, was mir ein wenig missfiel. Sofort war mir unser Anführer ein bisschen weniger sympathisch. Er zuckte mit einer für ihn typischen Bewegung mit den Schultern und begann mit uns zusammen, den Sand rund um den See abzusuchen. Wir entdeckten weitere Spuren, die offenbar von derselben Kreatur hinterlassen worden waren. Levin, der sich vom Wasser entfernt hatte, zeigte uns eine im trockenen Sand. Der Abdruck selbst war noch feucht. »Sie war vor weniger als fünf Minuten hier«, rief der junge Mann. »Sie wollte wohl baden, hat uns kommen gehört und ist geflohen.« Für uns war es nun selbstverständlich, dass es sich um eine Frau handelte. Wir verhielten uns still, während wir den Wald beobachteten. Doch wir hörten noch nicht einmal einen Ast knacken. »Wir haben genug Zeit«, sagte Professor Antell und zuckte erneut mit den Schultern. »Aber wenn hier ein menschliches Wesen gebadet hat, können wir das zweifellos ebenso gefahrlos tun.« Ohne weitere Ankündigung entledigte sich der ernste Gelehrte seiner Kleidung und tauchte seinen mageren Körper in das Schwimmbecken. Nach unserer langen Reise ließ uns der Genuss dieses Bades in frischem und wunderbarem Wasser fast unsere jüngste Entdeckung vergessen. Nur Arthur Levin wirkte nachdenklich und geistesabwesend. Ich wollte ihn gerade wegen seiner schwermütigen Miene aufziehen, als ich die Frau erblickte, die genau über uns auf der Felsplattform saß, von der der Wasserfall herabstürzte. Nie werde ich den Eindruck vergessen, den ihr Anblick auf mich machte. Angesichts der überragenden Schönheit dieser Kreatur, so Rohrs, die sich uns mit Schaum besprüht und von den blutigen Strahlen Bethegeuzes beschienen darbot, hielt ich den Atem an. Sie war eine Frau, oder eher ein junges Mädchen, doch auf mich wirkte sie in diesem Moment wie eine Göttin. Ihre Weiblichkeit stellte sie unter der ungeheuren Sonne kühn zur Schau, denn sie war völlig nackt, ohne jeden Schmuck, bis auf ihr recht langes Haar, das ihr auf die Schultern fiel. Sicher, wir hatten seit zwei Jahren keine Vergleichsmöglichkeit, doch keiner von uns neigte dazu, sich von Trugbildern täuschen zu lassen. Die Frau, die reglos auf der Plattform verharrte wie eine Statue auf einem Sockel, besaß eindeutig den vollkommensten Körper, den man sich auf Erden vorstellen konnte. Levin und mir stockte der Atem. Wir waren vor lauter Bewunderung ganz überwältigt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Professor Antel nicht unbeeindruckt blieb. Sie stand aufrecht und leicht vorgebeugt da, hatte die Brust in unsere Richtung gewandt und die Arme leicht nach hinten erhoben, wie eine Taucherin, die Anlauf nimmt. Sie beobachtete uns und war wohl genauso überrascht wie wir. Nachdem ich sie eine Weile betrachtet hatte, war ich so aufgewühlt, dass ich keine Details mehr ausmachen konnte. Ich war von ihrer gesamten Gestalt wie hypnotisiert. Erst nach ein paar Minuten erkannte ich, dass sie weiß war. Ihre Haut eher golden als gebräunt, groß, jedoch nicht übermäßig groß und schlank. Dann sah ich flüchtig wie in einem Traum ein einzigartig makelloses Gesicht. Zum Schluss betrachtete ich ihre Augen. In diesem Moment erwachte meine Beobachtungsgabe erneut, meine Aufmerksamkeit verschärfte sich, und ich zuckte zusammen, denn in ihrem Blick lag etwas, das mir neu war. Ich entdeckte darin eine Spur des Fremden, Geheimnisvollen, dass wir auf einer Welt, die so weit von unserer entfernt war, alle erwartet hatten. Ich war allerdings nicht fähig, die Beschaffenheit dieser Fremdartigkeit zu analysieren oder zu beschreiben. Ich nahm nur einen grundlegenden Unterschied zu den Individuen unserer Spezies wahr. Sie hing nicht mit der Augenfarbe zusammen. Diese war von einem Grauton, der bei uns zwar nicht häufig vorkam, jedoch nicht sehr außergewöhnlich war. Ungewöhnlich war der Ausdruck, eine Art Leere, eine fehlende Ausdruckskraft, die mich an eine arme, geisteskranke Frau erinnerte, die ich früher gekannt hatte. Aber nein, das war es nicht. Verrückt konnte sie nicht sein. Als sie bemerkte, dass sie selbst neugierig beobachtet wurde oder genauer als mein Blick den ihren traf, schien sie sich zu erschrecken und wandte sich plötzlich mit einer mechanischen Bewegung ab, die so reaktionsschnell war wie die eines verängstigten Tieres. Sie war nicht aus Schamgefühl so überrascht. Ich war überzeugt, dass es übertrieben gewesen wäre, davon auszugehen, dass sie zu einem solchen Gefühl fähig war. Sie mochte oder ertrug meinen Blick einfach nicht. Mit abgewandtem Gesicht beobachtete sie uns nun verstohlen aus dem Augenwinkel. »Ich hatte es euch gesagt, es ist eine Frau«, murmelte der junge Levin. Seine Stimme war durch die Aufregung gepresst, fast unhörbar, aber die junge Frau hörte ihn, und der Klang seiner Stimme hatte auf sie eine eigenartige Wirkung. Sie wich plötzlich zurück, so flink, dass mich ihre Bewegung erneut an die eines verschreckten Tieres erinnerte, und zögerte kurz, bevor sie floh. Nach zwei Schritten hielt sie jedoch wieder inne, da nun der Großteil ihres Körpers von den Felsen verdeckt wurde. Ich konnte nur noch den oberen Teil ihres Gesichts und eines ihrer Augen erkennen, mit dem sie uns weiter beobachtete. Wir wagten es nicht, uns zu bewegen, da wir Angst hatten, dass sie weglaufen könnte. Unser Verhalten beruhigte sie. Einen Augenblick später trat sie wieder an die Kante der Felsplattform. Doch der junge Levin war wirklich viel zu aufgeregt, als dass er den Mund hätte halten können. »Ich noch nie habe etwas Vergleichbares«, setzte er an. Als er begriff, wie unvorsichtig dies war, hielt er inne. Sie hatte sich erneut zurückgezogen, als würde ihr die menschliche Stimme Angst einjagen. »Professor Antell gab uns zu verstehen, dass wir schweigen sollten, und fuhr fort, im Wasser herum zu planschen, ohne dabei auf die Frau zu achten. Wir übernahmen diese Taktik, die auf ganzer Linie erfolgreich war. Sie näherte sich uns nicht nur wieder, sondern zeigte bald auch eindeutig Interesse an unserem Treiben, ein Interesse, das sich auf recht ungewöhnliche Art darstellte, was unsere Neugier noch verstärkte. »Haben Sie jemals einen furchtsamen jungen Hund am Strand beobachtet, dessen Herrchen schwimmen geht? Der Hund will unbedingt zu seinem Herrchen, traut sich aber nicht. Er läuft drei Schritte in die eine, dann drei Schritte in die andere Richtung, entfernt sich, kommt zurück, schüttelt den Kopf, wuselt herum.« Genau so verhielt sich das Mädchen. Dann hörten wir plötzlich ihre Stimme. Doch die Laute, die sie ausstieß, verstärkten nur den Eindruck ihres tierhaften Verhaltens. Sie befand sich in diesem Moment an der äußersten Kante ihres Aussichtsplatzes, so dass es aussah, als wollte sie sich in den See stürzen. Sie hatte ihren merkwürdigen Tanz für einen Augenblick unterbrochen und öffnete den Mund. Ich war etwas weiter von ihr entfernt und konnte sie beobachten, ohne dass sie mich bemerkte. Ich dachte, sie würde etwas sagen oder rufen. Ich erwartete, dass sie uns ansprechen würde. Ich war auf eine absolut barbarische Sprache vorbereitet, aber nicht auf die eigenartigen Laute, die aus ihrer Kehle drangen. In unseren Zoos schubsen sich manchmal spielende junge Schimpansen und stoßen dabei ähnliche kurze Schreie aus. Entsetzt zwangen wir uns weiter zu schwimmen, ohne uns um sie zu kümmern, während sie anscheinend einen Entschluss fasste. Sie hockte sich auf den Felsen, stützte sich mit den Händen ab und begann, zu uns herabzuklettern. Sie war unglaublich wendig. Ihr goldener Körper bewegte sich schnell die Bergwand herab und für uns sah es durch den feinen, durchsichtigen Schleier des Wasserfalls so aus, als wäre sie mit Wasser und Licht besprenkelt wie ein zauberhaftes Traumbild. Sie hielt sich an unsichtbaren Vorsprüngen fest, war innerhalb weniger Augenblicke auf Höhe des Sees angelangt und kniete auf einem flachen Stein. Sie beobachtete uns noch ein paar Sekunden lang, dann sprang sie ins Wasser und schwamm auf uns zu. Wir begriffen, dass sie mit uns spielen wollte und fuhren ohne Absprache unermüdlich mit der Tollerei fort, die sie so zutraulich gemacht hatte, wobei wir unser Verhalten veränderten, wann immer sie sich zu erschrecken schien. Daraus entstand innerhalb kurzer Zeit ein Spiel, dessen Regeln sie unbewusst aufgestellt hatte. Es war ein seltsames Spiel, das dem Verhalten von Seehunden in einem Becken in einigen Punkten glich und darin bestand, dass wir abwechselnd voreinander flohen, uns gegenseitig verfolgten und scharf auswichen, wenn wir merkten, dass wir kurz davor standen, gefangen zu werden. Stets näherten wir uns dem anderen so weit, dass wir uns fast streiften, jedoch ohne uns jemals zu berühren. Es war kindisch. Doch wir hätten alles getan, um die schöne Unbekannte zu zähmen. Ich bemerkte, dass sich auch Professor Antell mit unverhohlenem Vergnügen an dieser Tendelei beteiligte. Dieses Spiel dauerte bereits eine ganze Weile, und wir gerieten langsam außer Atem, als mich etwas an dieser jungen Frau zunehmend irritierte. Ihre Ernsthaftigkeit. Sie genoss ganz offensichtlich die Vergnügungen, zu denen sie uns anregte, und doch hatte noch kein Lächeln ihr Gesicht erhellt. Dies rief bei mir bereits seit einiger Zeit ein undefinierbares Unbehagen hervor, für das ich den genauen Grund nicht kannte. Aber nun verstand ich, was der Auslöser dafür sein könnte. Sie lachte nicht, lächelte auch nicht, sondern stieß nur von Zeit zu Zeit einen dieser kurzen, kehligen Schreie aus, die wohl ihre Zufriedenheit ausdrückten. Ich wollte ein Experiment wagen. Während sie sich mir näherte und das Wasser mit ihrem ungewöhnlichen Schwimmstil teilte, der dem eines Hundes ähnelte und durch den sich ihr Haar hinter ihr ausbreitete wie der Schweif eines Kometen, sah ich ihr in die Augen, und bevor sie Zeit hatte, sich abzuwenden, sandte ich ihr ein Lächeln, in das ich alle Freundlichkeit und Sanftheit legte, die ich aufbringen konnte. Das Ergebnis war überraschend. Sie hörte auf zu schwimmen, stellte sich im Wasser hin, das ihr bis zur Taille reichte, und streckte abwährend die Hände steif vor sich aus. Dann kehrte sie mir den Rücken zu und floh ans Ufer. Nachdem sie aus dem See geklettert war, zögerte sie, drehte sich halb um und betrachtete mich schief. Wie schon zuvor auf der Plattform wies sie auch nun den perplexen Gesichtsausdruck eines Tieres auf, das gerade etwas Alarmierendes gesehen hat. Vielleicht hatte sie wieder Vertrauen gefasst, denn das Lächeln war mir vergangen, und ich war unschuldig weitergeschwommen, doch ein weiterer Zwischenfall versetzte sie erneut in Erregung. Wir hörten Lärm im Wald, und plötzlich erschien unser Freund Hector. Er hangelte sich von Ast zu Ast, landete auf dem Boden und kam hüpfend auf uns zu. Er wirkte glücklich, dass er uns wiedergefunden hatte. Ich erschrak, als ich den verzerrten Ausdruck im Gesicht des Mädchens sah, als sie den Affen erblickte. Eine Mischung aus Entsetzen und Drohung. Sie kauerte sich zusammen und drängte sich gegen die Felsen, bis sie fast mit ihnen verschmolz. Ihre Muskeln waren angespannt, der Rücken gewölbt, die Hände zu Krallen gekrümmt. All das wegen eines freundlichen, kleinen Schimpansen, der mit uns ein Wiedersehen feiern wollte. Als er dicht an ihr vorbeilief, ohne sie zu bemerken, passierte es. Ihr Körper spannte sich wie ein Bogen. Sie packte ihn an der Kehle und schloss die Hände um seinen Hals, während sie den Armen mit ihren Oberschenkeln umklammerte. Ihr Angriff geschah so schnell, dass uns keine Zeit zum Eingreifen blieb. Der Affe wehrte sich kaum. Innerhalb weniger Sekunden wurde sein Körper steif, und als sie ihn losließ, fiel er tot zu Boden. Diese strahlende Kreatur! In einer romantischen Anwandlung meines Herzens hatte ich sie Nova getauft, da ich ihr Erscheinen nur mit dem eines leuchtenden Sterns vergleichen konnte, hatte ein harmloses Haustier erwürgt. Als wir uns von unserer Bestürzung erholt hatten und zu ihr hinstürzten, war es bereits viel zu spät, um Hector zu retten. Sie drehte den Kopf in unsere Richtung, als wollte sie uns die Stirn bieten. Erneut hatte sie die Arme abwehrend ausgestreckt und die Lippen mit einem drohenden Ausdruck zurückgezogen, der uns erstarren ließ. Dann stieß sie einen letzten, spitzen Schrei aus, den man als Triumphgeheul oder wütendes Kreischen deuten konnte, und floh in den Wald. Innerhalb weniger Sekunden war sie im Dickicht verschwunden, das sich hinter ihrem goldenen Körper schloss, während wir fassungslos mitten im Dschungel zurückblieben, der nun wieder still war. »Eine Wälde?«, sagte ich. »Von einer zurückgebliebenen Rasse, wie denen, die man in Neuginea oder in den afrikanischen Wäldern findet?« Ich hatte ohne jede Überzeugung gesprochen. Arthur Levin fragte mich beinahe grob, ob ich jemals ein solches Aussehen und einen so zierlichen Körperbau bei primitiven Völkern gesehen hätte. Er hatte absolut recht. Und ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Professor Antell, der tief in Gedanken versunken zu sein schien, hatte uns jedoch zugehört. »Selbst unsere primitivsten Völker verfügen über eine Sprache,« sagte er schließlich. »Diese Frau spricht nicht.« Wir machten einen Rundgang in der Nähe des Wasserlaufs, ohne jedoch die geringste Spur von der Unbekannten zu finden. Danach kehrten wir zu unserer Schaluppe auf der Lichtung zurück. Der Professor dachte darüber nach, in den Weltraum zurückzukehren, um eine weitere Landung in einer zivilisierteren Region zu wagen. Doch Levin schlug vor, wenigstens vierundzwanzig Stunden an dieser Stelle zu warten, um zu versuchen, weiter Kontakt zu den Bewohnern des Dschungels aufzunehmen. Ich unterstützte diesen Vorschlag, der sich letztendlich durchsetzte. Wir wagten nicht zuzugeben, dass uns die Hoffnung, die Unbekannte wiederzusehen an diesem Ort festhielt. Der Rest des Tages verlief ohne Zwischenfälle. Aber gegen Abend, nachdem wir den fantastischen Untergang von Betai-Geuze bewundert hatten, ein für Menschen unvorstellbares Schauspiel, beschlich uns das Gefühl, dass sich etwas um uns herum veränderte. Der Dschungel belebte sich mit flüchtigem Knacken und Zittern, und wir spürten, dass uns unsichtbare Augen aus dem Dickicht heraus beobachteten. Die Nacht verlief für uns jedoch ereignislos. Wir verbarrikadierten uns in der Schaluppe und hielten nacheinander Wache. Früher Morgen überkam uns noch einmal dasselbe Gefühl, und es schien mir, als hörte ich kurze, spitze Schreie, wie Nova sie am Tag zuvor ausgestoßen hatte. Doch keines der Wesen, mit denen unsere fieberhafte Vorstellungskraft den Wald bevölkerte, tauchte auf. Also beschlossen wir, zum Wasserfall zurückzukehren, und auf dem gesamten Weg ließ uns das zermürbende Gefühl nicht los, dass wir von Wesen verfolgt und beobachtet wurden, die sich nicht zu zeigen wagten. Dabei war Nova doch am Tag zuvor zu uns gekommen. »Vielleicht schreckt sie unsere Kleidung ab«, sagte Arthur Levin plötzlich. Dies erschien mir wie eine Erleuchtung. Ich erinnerte mich deutlich, dass Nova auf ihrer Flucht, nachdem sie unseren Affen erwürgt hatte, vor dem Haufen unserer Kleider angekommen war. Sie war scharf ausgewichen, um nicht damit in Kontakt zu kommen, wie ein kopfscheues Pferd. »Wir werden sehen.« So sprangen wir in den See, nachdem wir uns ausgezogen hatten, und begannen zu spielen wie am Tag zuvor, scheinbar gleichgültig gegenüber unserer Umgebung. Der Trick führte erneut zum Erfolg. Nach wenigen Minuten sahen wir die junge Frau auf der Felsplattform, ohne sie kommen gehört zu haben. Sie war nicht allein. Ein Mann war bei ihr. Ein Mann, der körperlich so aussah wie wir, ähnlich wie Männer von der Erde. Auch er war vollkommen nackt, reifen Alters und ähnelte der Göttin, sodass ich mir vorstellte, er könne ihr Vater sein. Er betrachtete uns genau wie sie mit einem Ausdruck von Erstaunen und Unruhe. Und es gab noch viele andere. Wir entdeckten sie nach und nach, während wir uns dazu zwangen, unsere gespielte Gleichgültigkeit aufrechtzuerhalten. Sie verließen verstohlen den Wald und bildeten allmählich eine durchgehende Reihe um den See herum. Sie alle waren kräftige, schöne Exemplare der menschlichen Gattung. Männer und Frauen mit goldener Haut, die von einer starken Erregung erfasst wurden und zwischendurch kurze Schreie ausstießen. Wir waren umzingelt und recht beunruhigt, wenn wir an den Zwischenfall mit dem Schimpansen dachten. Doch ihre Ausstrahlung war nicht drohend. Sie wirkten nur an unserem Verhalten interessiert. So weit, so gut. Nach kurzer Zeit ließ ich Nova, Nova, die ich bereits als alte Bekannte betrachtete, ins Wasser gleiten, und die anderen taten es ihr einer nach dem anderen mehr oder weniger zögerlich nach. Alle näherten sich, und wir begannen erneut, uns wie am Tag zuvor seehundartig zu verfolgen, mit dem Unterschied, dass wir nun von ungefähr zwanzig dieser eigenartigen Kreaturen umgeben waren, die planschten, sich schüttelten und dabei alle ein ernstes Gesicht machten, was einen merkwürdigen Kontrast zu den Kindereien darstellte. Nach einer Viertelstunde dieses Treibens begann ich, mich zu langweilen. Hatten wir uns ins Universum von Betai Goetze vorgewagt, um uns wie Kinder aufzuführen? Fast schämte ich mich für mich selbst, und es bekümmerte mich, feststellen zu müssen, dass der weise Antell anscheinend großes Vergnügen an diesem Spiel fand. Aber was konnten wir auch sonst tun? Man kann sich nur schwer vorstellen, wie schwierig es ist, mit Wesen in Kontakt zu treten, die weder Sprache noch Lächeln kennen. Doch ich bemühte mich. Ich dachte mir Gesten aus und tat so, als hätten sie eine Bedeutung. Ich legte die Handflächen in eine Haltung aneinander, die so freundlich war wie nur möglich, und verbeugte mich von Zeit zu Zeit ein wenig wie die Chinesen. Ich warf ihnen mit der Hand Küsse zu. Keine dieser Demonstrationen rief die leiseste Reaktion hervor. Kein Funke des Verstehens zeigte sich in ihren Augen. Als wir auf der Reise über mögliche Zusammentreffen mit lebendigen Wesen gesprochen hatten, beschworen wir unförmige, monströse Wesen herauf, die ganz anders aussahen als wir. Doch wir waren stets davon ausgegangen, dass sie einen Geist besitzen würden. Auf dem Planeten Soror war die Realität anscheinend das genaue Gegenteil. Wir hatten es mit Bewohnern zu tun, die uns körperlich ähnelten, doch keinerlei Verstand zu besitzen schienen. Genau das bedeutete der Blick, der mich bei Nova gestört hatte und den ich bei all den anderen wiederfand. Ein Fehlen bewussten Denkens, eine geistige Abwesenheit. Sie interessierten sich nur für das Spiel, und es musste auch noch so ein dämliches Spiel sein. Wir hatten die Idee, ein wenig Ordnung zu schaffen und dabei trotzdem in ihrer Reichweite zu bleiben, also fassten wir drei uns gegenseitig an den Händen und beschrieben im hüfttiefen Wasser eine Runde, wobei wir die Arme hoben und senkten, wie kleine Kinder es getan hätten. Dies schienen sie in keiner Weise zu beeindrucken. Die Mehrheit entfernte sich von uns, einige betrachteten uns mit so offensichtlicher Verständnislosigkeit, dass wir selbst verwirrt waren. Diese starke Verunsicherung war der Auslöser der folgenden Tragödie. Es brachte uns aus der Fassung, uns so zu sehen. Drei vernünftige Männer, von denen einer Welt berühmt war, die sich an der Hand hielten und unter dem spöttischen Blick von Betay Goitze kindische Rundtänze aufführten, sodass wir nicht länger ernst bleiben konnten. Seit einer Viertelstunde hatten wir unter einer solchen Spannung gestanden, dass wir dringend eine Erleichterung brauchten. Wir wurden von einem irrsinnigen Lachanfall geschüttelt, unter dem wir uns mehrere Sekunden lang bogen, ohne dass wir ihm Herr werden konnten. Dieser Heiterkeitsausbruch rief endlich eine Reaktion bei den Menschen hervor, doch eindeutig nicht die, die wir uns gewünscht hatten. Ein Unwetter schien den See aufzuwühlen. Sie flohen kopflos in alle Richtungen, in einer Art und Weise, die uns unter anderen Umständen lächerlich erschienen wäre. Innerhalb weniger Augenblicke waren wir allein im Wasser. Sie hatten sich auf der Uferböschung am Ende des Beckens in einer zitternden Gruppe versammelt, stießen ihre kurzen, wütenden Schreie aus und streckten zornig ihre Arme in unsere Richtung aus. Ihre Minen waren so drohend, dass wir Angst bekamen. Levin und ich näherten uns unseren Waffen, doch der weise Antelle beschwor uns, mit leiser Stimme nicht davon Gebrauch zu machen und noch nicht einmal damit zu drohen, solange sie nicht näher kämen. Wir zogen uns hastig wieder an, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Doch kaum hatten wir Hosen und Hemden übergestreift, wurde ihre Unruhe zur Raserei. Es wirkte, als wäre der Anblick bekleideter Menschen für sie unerträglich. Einige flohen, andere kamen mit ausgestreckten und gekrümmten Händen auf uns zu. Ich ergriff mein Gewehr. Paradoxerweise schienen diese begriffsstutzigen Wesen die Bedeutung meiner Geste zu verstehen, wandten uns den Rücken zu und verschwanden hinter den Bäumen. Eilig kehrten wir zur Schaluppe zurück. Auf dem Rückweg hatte ich den Eindruck, dass sie noch immer da waren, wenn auch unsichtbar, und dass sie still unseren Rückzug begleiteten. Der Angriff erfolgte, als wir in Sichtweite der Lichtung kamen, und zwar mit einer Plötzlichkeit, die uns keine Gelegenheit zur Verteidigung ließ. Die Bewohner von Soror kamen aus dem Dickicht herausgeschossen wie Rehe und waren über uns, bevor wir unsere Waffen in Anschlag bringen konnten. Das Merkwürdige an diesem Angriff war, dass er eigentlich nicht gegen uns selbst gerichtet war. Dieses Gefühl hatte ich sofort, und es verstärkte sich bald. Keinen Augenblick lang hatte ich den Eindruck, in Lebensgefahr zu sein, wie Hector es gewesen war. Sie trachteten uns nicht nach dem Leben, sondern waren nur an unserer Kleidung und der Ausrüstung interessiert, die wir bei uns hatten. Blitzschnell wurden wir bewegungsunfähig gemacht. Ein Wirrwarr suchender Hände entriss uns Waffen, Munition und Taschen, um sie weit wegzuwerfen, während andere sich damit abmühten, uns unserer Kleidung zu entledigen und diese zu zerreißen. Nachdem ich verstanden hatte, was ihren Wutausbruch auslöste, ließ ich alles ohne Gegenwehr über mich ergehen, und wenn ich auch ein wenig zerkratzt wurde, erlitt ich doch keine einzige ernste Verletzung. Antel und Levin folgten meinem Beispiel, und rasch fanden wir uns nackt wie Würmer inmitten einer Gruppe von Männern und Frauen wieder, die offensichtlich beruhigt waren, uns erneut so zu sehen, und wieder begannen, um uns herum zu spielen, wobei sie uns jedoch immer noch zu dicht umringten, als dass wir hätten fliehen können. Um die Lichtung herum befanden sich mindestens einige Hundert von ihnen. Diejenigen, die nicht nahe bei uns waren, fielen nun mit derselben Wut, mit der sie unsere Kleidung in Stücke gerissen hatten, über unsere Schaluppe her. Trotz der Verzweiflung, die ich verspürte, als ich zusah, wie sie unser kostbares Gefährt demolierten, dachte ich über ihr Verhalten nach, und es schien mir, als könne ich daraus ein grundlegendes Prinzip ableiten. Gegenstände machten diese Wesen wütend. Alles, was irgendwie fabriziert worden war, erregte ihren Zorn und erschreckte sie. Wenn sie irgendein Instrument zu fassen bekamen, behielten sie es nur so lange in der Hand, wie sie brauchten, um es zu zerbrechen, zu zerreißen oder zu verbiegen. Danach warfen sie es mit Nachdruck weit von sich, als wäre es ein glühendes Eisen, auch wenn sie es danach noch einmal aufheben mussten, um es vollständig zu zerstören. Dieses Verhalten erinnerte mich an das einer Katze, die mit einer fetten, fast toten, aber immer noch gefährlichen Ratte kämpft, oder an das eines Erdmännchens, das eine Schlange gefangen hat. Mir war auch aufgefallen, dass sie uns ungewöhnlicherweise ohne jede Waffe angegriffen hatten, sogar ohne sich eines Stocks zu bedienen. Machtlos beobachteten wir die Zerstörung unserer Schaluppe. Die Tür hatte ihrem Druck rasch nachgegeben. Sie stürzten ins Innere und zerstörten alles, was zerstörbar war, besonders die wertvollen Bordinstrumente, deren Überreste sie verstreuten. Die Plünderung dauerte eine Weile. Als nur noch die Metallhülle intakt war, stießen sie wieder zu unserer Gruppe. Wir wurden gestoßen, gezogen und schließlich von ihnen bis in den tiefsten Dschungel verschleppt. Unsere Lage wurde immer besorgniserregender. Entwaffnet, entkleidet und gezwungen, barfuß in einem für uns zu schnellen Tempo zu laufen, konnten wir weder unsere Eindrücke miteinander teilen, noch uns beklagen. Jeder Unterhaltungsversuch rief so bedrohliche Reaktionen hervor, dass wir uns mit einer schmerzhaften Stille abfinden mussten. Und doch waren diese Kreaturen Menschen wie wir. Bekleidet und frisiert hätten sie in unserer Welt kaum Aufmerksamkeit erregt. Ihre Frauen waren alle hübsch, auch wenn keine von ihnen an Novas strahlende Schönheit heranreichte. Letztere blieb nahe bei uns. Mehrfach wandte ich ihr den Kopf zu, als ich von meinen Wachen bedrängt wurde und flehte um ein Zeichen des Mitgefühls, da ich kurzzeitig den Eindruck gehabt hatte, einen entsprechenden Ausdruck in ihrem Gesicht zu erkennen. Doch schon bald wurde mir klar, dass das Wunschdenken war. Wenn mein Blick ihrem begegnete, versuchte sie, ihm auszuweichen, ohne dass ihre Augen etwas anderes ausgedrückt hätten als Verblüffung. Dieser Leidensweg dauerte mehrere Stunden. Ich war todmüde, meine Füße waren blutig, mein Körper übersät von Kratzern der Dornenranken, zwischen denen sich die Menschen von Soroa unbeschadet schlangenartig hindurchwandten. Meine Begleiter waren in genauso schlechtem Zustand wie ich, und Antel stolperte bei jedem Schritt, als wir endlich an dem Ort ankamen, der unser Ziel zu sein schien. Der Wald war dort weniger dicht, und das Gebüsch war kurz im Gras gewichen. Hier ließen unsere Wachen uns los, ohne sich weiter um uns zu kümmern, und begannen erneut mit ihrem Verfolgungsspiel, das ihre Hauptbeschäftigung zu sein schien, in dem sie von Baum zu Baum sprangen. Wir fielen vollkommen erschöpft zu Boden und nutzten diese Atempause, um uns leise zu beraten. Die gesamte Weisheit unseres Anführers war nötig, um uns davon abzuhalten, in düsterer Mutlosigkeit zu versinken. Es wurde Abend. Die Flucht hätte uns sicherlich gelingen können, wenn wir die allgemeine Unaufmerksamkeit genutzt hätten, doch wohin sollten wir fliehen? Selbst wenn wir es geschafft hätten, den Weg zurückzufinden, bestand keine Aussicht, die Schaluppe nutzen zu können. Es erschien uns vernünftiger zu bleiben, wo wir waren, und zu versuchen, diese verwirrenden Wesen für uns einzunehmen. Außerdem quälte uns der Hunger. Wir standen auf und machten ein paar vorsichtige Schritte. Sie fuhren mit ihren blödsinnigen Spielen fort, ohne uns zu beachten. Nur Nova schien uns nicht vergessen zu haben. Sie folgte uns mit etwas Abstand und wandte stets den Kopf ab, wenn wir sie ansahen. Nachdem wir eine Weile lang ziellos umhergestreift waren, stellten wir fest, dass wir uns in einem Lager befanden, dessen Unterkünfte nicht einmal Hütten waren, sondern eine Art Nester, wie sie die Menschenaffen in den Wäldern Afrikas bauen. Ein paar verflochtene Zweige ohne Bindeglieder, die sich auf dem Boden oder in den Gabeln niedriger Äste befanden. Einige dieser Nester waren belegt. Männer und Frauen, ich weiß nicht, wie ich sie sonst bezeichnen soll, verkrochen sich dort, häufig paarweise, dösend, aneinander geschmiegt wie frierende Hunde. Andere, etwas größerer Unterkünfte, beherbergten ganze Familien, und wir sahen mehrere schlafende Kinder, die alle hübsch aussahen und wohl auf zu sein schienen. Dies löste jedoch nicht das Nahrungsproblem. Endlich sahen wir am Fuße eines Baumes eine Familie, die gerade essen wollte, doch ihre Mahlzeit war für uns wenig verlockend. Sie zerlegten, ohne irgendein Werkzeug zu Hilfe zu nehmen, ein relativ großes Tier, das einem Hirsch ähnelte. Mit Fingernägeln und Zähnen rissen sie rohe Fleischstücke ab und verschlangen diese, nachdem sie nur die Hautfetzen davon entfernt hatten. Von einer Feuerstelle gab es weit und breit keine Spur. Bei diesem Festgelage drehte sich uns der Magen um, und außerdem begriffen wir, nachdem wir ein paar Schritte näher gekommen waren, dass wir keineswegs eingeladen waren, das Mahl zu teilen. Im Gegenteil, rasch wurden wir unter Knurren verscheucht. Es war Nova, die uns zu Hilfe kam. Tat sie es, weil sie endlich begriffen hatte, dass wir hungrig waren? Konnte sie tatsächlich etwas begreifen? Oder war sie einfach selbst ausgehungert? Jedenfalls ging sie zu einem hohen Baum, umschloß den Stamm mit ihren Schenkeln, erreichte so die Äste und verschwand im Laub. Nach ein paar Augenblicken sahen wir, wie einige Früchte zu Boden fielen, die Bananen ähnelten. Dann stieg sie wieder herab, hob zwei oder drei davon auf und fing an, sie zu verschlingen, wobei sie uns anschaute. Nachdem wir eine Weile gezögert hatten, fanden wir den Mut, es ihr gleich zu tun. Die Früchte schmeckten recht gut und wir aßen, bis wir satt waren, während sie uns beobachtete, ohne Einspruch zu erheben. Nachdem wir Wasser aus einem Bach getrunken hatten, beschlossen wir, dort die Nacht zu verbringen. Jeder von uns wählte eine Grasecke aus, um dort ein ähnliches Nest wie jene in der Siedlung zu errichten. Nova zeigte Interesse an unserem Vorgehen, so sehr, dass sie sich mir näherte, um mir dabei zu helfen, einen widerspenstigen Ast zu zerbrechen. Diese Geste rührte mich, wohingegen Levin deswegen so verdrossen war, dass er sofort schlafen ging, sich im Gras vergrub und uns den Rücken zuwandte. Professor Antel war so erschöpft, dass er bereits schlief. Ich brauchte lange, um meine Lagerstätte fertigzustellen, wobei Nova mich noch immer beobachtete, auch wenn sie sich etwas zurückgezogen hatte. Als ich mich ausstreckte, verharrte sie eine Weile reglos, als wäre sie unentschlossen. Dann näherte sie sich mit kleinen, zögerlichen Schritten. Ich bewegte mich nicht, aus Angst, sie zu verjagen. Sie legte sich neben mich. Noch immer bewegte ich mich nicht. Schließlich schmiegte sie sich an mich, und nichts unterschied uns mehr von den anderen Paaren in den Nestern dieses merkwürdigen Stammes. Doch trotz der unvergleichlichen Schönheit dieses Mädchens sah ich sie noch nicht als Frau. Ihr Verhalten war das eines Haustieres, das die Körperwärme seines Herrchens sucht. Ihre Wärme war mir angenehm, ohne dass es mir jedoch in den Sinn gekommen wäre, sie zu begehren. Schließlich schlief ich halbtot vor Müdigkeit in dieser ungewöhnlichen Stellung ein, gegen eine merkwürdig schöne und unglaublich ahnungslose Kreatur gepresst, nachdem ich dem Trabanten von Soroa, der kleiner war als unser Mond, und den Dschungel in gelbliches Licht tauchte, kaum eines Blickes gewürdigt hatte. Der Himmel über den Bäumen wurde hell, als ich erwachte. Nova schlief noch. Stumm betrachtete ich sie und seufzte, als ich mich an ihre Grausamkeit gegenüber unserem Affen erinnerte. Auch für unsere missliche Lage war sie verantwortlich, da sie ihre Gefährten auf uns aufmerksam gemacht hatte. Doch wie konnte man ihr beim Anblick ihres Körpers böse sein? Plötzlich bewegte sie sich und hob den Kopf. Entsetzen flackerte in ihren Augen auf, und ich spürte, wie sich ihre Muskeln anspannten. Doch angesichts meiner Bewegungslosigkeit wurde ihr Gesicht nach und nach wieder weicher. Sie erinnerte sich und schaffte es zum ersten Mal, meinem Blick einen Moment lang standzuhalten. Dies erschien mir wie ein persönlicher Sieg, und ich vergaß, in welcher Aufregung sie am Tag zuvor wegen meines irdischen Gefühlsausdrucks geraten war, und lächelte sie abermals an. Dieses Mal war ihre Reaktion schwächer. Sie zuckte zusammen, wirkte erneut angespannt, als wollte sie zum Sprung ansetzen, verharrte jedoch in ihrer Position. Ermutigt verstärkte ich mein Lächeln. Sie erschauderte erneut, beruhigte sich aber letztendlich, und ihr Gesicht zeigte bald nur noch maßloses Erstaunen. War es mir gelungen, sie zu zähmen? Ich wagte es, ihr eine Hand auf die Schulter zu legen. Sie zitterte, bewegte sich allerdings immer noch nicht. Ich war von diesem Erfolg wie berauscht, um so mehr da es mir schien, als versuche sie, mein Verhalten zu imitieren. Ganz richtig, sie versuchte zu lächeln. Ich konnte ihre mühsamen Anstrengungen erahnen, als sie die Muskeln ihres zarten Gesichts anspannte. Sie versuchte es mehrmals, doch ihr gelang nur eine Art schmerzhafte Grimasse. Irgendwie war es ergreifend, dass sich ein menschliches Wesen für einen solch alltäglichen Gesichtsausdruck so unverhältnismäßig anstrengen musste und das Ergebnis so bemitleidenswert war. Plötzlich war ich erschüttert und voller Mitgefühl wie gegenüber einem kranken Kind. Ich verstärkte den Druck auf ihre Schulter. Ich näherte mein Gesicht dem ihren. Ich streifte ihre Lippen. Sie reagierte auf diese Geste, indem sie ihre Nase an meiner rieb und dann mit der Zunge über meine Wange fuhr. Ich war verunsichert und unentschlossen. Auf gut Glück tat ich es ihr ungeschickt nach. Schließlich war ich der fremde Besucher und es war meine Aufgabe, mich den Sitten im großen System von Betai Goetze anzupassen. Sie schien zufrieden zu sein. So weit waren wir mit unseren Annäherungsversuchen gekommen und ich war mir nicht sicher, wie es weitergehen sollte, denn ich befürchtete, ich könnte mit meinen Erdensitten irgendeinen Fehler machen. Plötzlich schreckte uns ein entsetzlicher Lärm auf. Meine beiden Begleiter, die ich, egoistisch wie ich war, vergessen hatte und ich selbst fanden uns aufrecht stehend in der beginnenden Morgendämmerung wieder. Nova war noch schneller aufgesprungen und zeigte alle Anzeichen größter Kopflosigkeit. Ich begriff übrigens sofort, dass dieses Höllenspektakel nicht nur für uns eine böse Überraschung bedeutete, sondern für alle Waldbewohner, da sie alle ihre Schlupfwinkel verlassen hatten und nun planlos hin und her liefen. Das war kein Spiel mehr wie am Tag zuvor. Ihre Schreie drückten tiefes Entsetzen aus. Der Lärm, der unvermittelt die Stille des Waldes zerrissen hatte, ließ einem das Blut in den Adern gefrieren. Doch ich hatte das Gefühl, dass die Dschungelmenschen wussten, was da auf sie zukam und dass ihr Entsetzen durch eine ganz bestimmte Gefahr hervorgerufen wurde, die sich näherte. Es war eine absonderliche Kakophonie, eine Mischung von schnellen Schlägen, dumpf wie Trommelwirbel, anderen, disharmonischeren Tönen, die an einen Kochtopfkonzert erinnerten, und Schreien. Die Schreie beeindruckten uns am meisten, weil sie unbestreitbar menschlich waren. Der frühe Morgen erhellte im Wald eine ungewöhnliche Szene. Männer, Frauen und Kinder rannten in alle Richtungen, einander in den Weg, rempelten sich an, manche kletterten sogar in die Bäume, als wollten sie dort Zuflucht suchen. Bald jedoch hielten einige der Älteren inne, um die Ohren zu spitzen und zu horchen. Der Lärm näherte sich recht langsam. Er kam aus dem Gebiet, in dem der Wald am dichtesten war, und schien von einer durchgehenden und ziemlich langen Front auszugehen. Ich verglich ihn mit dem Krach, den die Treiber bei manchen unserer Großjagden machten. Die Stammesältesten schienen einen Entschluss zu fassen. Sie stießen eine Reihe von Cleff-Lauten aus, die zweifellos Anweisungen oder Befehle waren, und eilten in die dem Lärm entgegengesetzte Richtung. Die anderen folgten ihnen, und wir sahen sie um uns herumrennen wie eine Herde aufgescheuchter Hirsche. Nova hatte Anlauf genommen, doch plötzlich zögerte sie und drehte sich zu uns um, besonders zu mir, wie mir schien. Sie stieß ein klagendes Wimmern aus, das ich als Einladung verstand, ihr zu folgen, bevor sie einen Satz machte und verschwand. Der Krach wurde lauter, und es schien mir, als hörte ich das Unterholz unter schweren Schritten knacken. Ich gebe zu, dass ich nicht länger ruhig bleiben konnte. Die Vernunft gebot mir jedoch, dass ich an Ort und Stelle bleiben und den Neuankömmlingen die Stirn bieten sollte, die, wie mit jeder Sekunde deutlicher zu hören war, menschliche Schreie ausschließen. Doch nach den Strapazen des vorigen Tages griff dieser Lärm meine Nerven an. Der Schrecken von Nova und den anderen hatte sich auf mich übertragen. Ich überlegte nicht, ich beriet mich noch nicht einmal mit meinen Begleitern, sondern hechtete in das Gebüsch und ergriff auf der Spur der jungen Frau ebenfalls die Flucht. Ich lief ein paar hundert Meter weit, ohne dass es mir gelang, sie einzuholen, und bemerkte dann, dass Levin mir allein gefolgt war, zweifellos, weil es Professor Antel aufgrund seines Alters nicht gelang, denselben Weg zu nehmen. Keuchend stand er neben mir. Wir sahen uns beschämt an, und ich wollte ihm gerade vorschlagen, zurückzugehen oder wenigstens auf unseren Anführer zu warten, als uns andere Geräusche aufschreckten. Diesmal konnte ich mich nicht irren. Schüsse heilten durch den Dschungel. Einer, zwei, drei, dann noch weitere in unregelmäßigen Abständen, manchmal einzeln, manchmal zwei aufeinanderfolgende Schüsse, die auf merkwürdige Weise an eine Doppelflinte für die Jagd erinnerten. Vor uns, auf dem Weg, den die Fliehenden genommen hatten, wurde geschossen. Während wir zögerten, näherte sich die Front, von der der erste Lärm gekommen war. Die Reihe der Treiber kam uns ganz nahe und stiftete erneut Verwirrung in unseren Köpfen. Ich weiß nicht, warum mir die Schießerei weniger furchterregend und vertrauter erschien, als dieses Höllengetöse. Instinktiv folgte ich weiter meinem Kurs, wobei ich immer noch darauf achtete, mich im Gebüsch zu verstecken und so wenig Lärm wie möglich zu machen. Mein Begleiter folgte mir. So erreichten wir das Gebiet, aus dem die Schüsse kamen. Ich ging langsamer und näherte mich, fast kriechend. Noch immer gefolgt von Levin, erklomm ich eine Art Erdhügel und hielt keuchend auf der Kuppe an. Vor mir sah ich lediglich ein paar Bäume und einen Vorhang ausgestrüpp. Vorsichtig streckte ich meinen Kopf dicht am Boden vor. So verharrte ich für einige Augenblicke wie betäubt, überwältigt von einem Anblick, der jenseits meines armseligen menschlichen Verstandes lag. Das Bild, das sich meinen Augen bot, enthielt mehrere eigenartige und einige schreckliche Elemente. Doch meine Aufmerksamkeit wurde zunächst völlig von einer Figur beansprucht, die reglos etwa 30 Schritte von mir entfernt stand und in meine Richtung sah. Beinahe hätte ich einen überraschten Schrei ausgestoßen. Ja, trotz meines Entsetzens, trotz der Tragik meiner eigenen Lage, ich war zwischen den Treibern und den Schützen eingeschlossen, erstickte die Verblüffung jedes andere Gefühl, als ich diese Kreatur auf der Lauer liegen sah, die das Vorbeiziehen des Wildes ausspähte. Denn es war ein Affe, ein stattlicher Gorilla. Ich konnte mir einreden, dass ich verrückt wurde, so oft ich wollte, doch ich hegte nicht den leisesten Zweifel an seiner Art Zugehörigkeit. Aber darin, dass ich auf dem Planeten so rohr einen Gorilla angetroffen hatte, bestand nicht die eigentliche Besonderheit des Ereignisses. Diese lag für mich darin, dass der Affe richtig angezogen war, wie Männer bei uns, und besonders in der Ungezwungenheit, mit der er seine Kleidung trug. Zunächst beeindruckte mich diese Natürlichkeit. Ich hatte das Tier kaum gesehen, da erschien es mir bereits offensichtlich, dass es in keiner Weise verkleidet war. Der Zustand, in dem ich es sah, war für das Tier normal. Genauso normal, wie für Nova und ihre Gefährten die Nacktheit. Der Affe war angezogen, wie sie und ich. Ich meine so, wie wir angezogen wären, wenn wir an einer dieser Treibjagden teilnehmen, die bei uns, von Botschaftern oder anderen wichtigen Persönlichkeiten, während der großen, öffentlichen Jagden ausgerichtet werden. Sein braunes Sakko sah aus, als käme es vom besten Pariser Schneider und darunter schaute ein Hemd mit großen Karos hervor, wie es unsere Sportler tragen. Die Hose, die an den Waden leicht gebauscht war, wurde von Gamaschen verlängert. Damit endeten die Ähnlichkeiten allerdings, denn statt Halbschuhen trug er feste, schwarze Handschuhe. Ich sage Ihnen, es war ein Gorilla. Aus dem Hemdskragen ragte ein scheußlicher Kopf hervor, der spitz zulief, von schwarzem Fell bedeckt war, sowie eine platte Nase und vorstehende Kiefer aufwies. Dort stand er, ein wenig vorgebeugt, in der Haltung eines Jägers auf dem Hochsitz, ein Gewehr in den langen Fingern. Er befand sich mir gegenüber, auf der anderen Seite einer breiten Schneise, die rechtwinklig zur Richtung der Treibjagd in den Wald geschlagen worden war. Plötzlich fuhr er zusammen. Wie ich hatte er ein leises Geräusch im Gebüsch, ein Stück zu meiner Rechten gehört, während er den Kopf ein Gewehr in den langen Fingern. Er befand sich mir gegenüber, auf der anderen Seite einer breiten Schneise, die rechtwinklig zur Richtung der Treibjagd in den Wald geschlagen worden war. Plötzlich fuhr er zusammen. Wie ich hatte er ein leises Geräusch im Gebüsch, ein Stück zu meiner Rechten gehört. Während er den Kopf drehte, hob er die Waffe schußbereit an seine Schulter. Von meinem Aussichtspunkt aus sah ich den Pfad, den einer der Fliehenden im Dickicht hinterließ, der blind genau vor seine Flinte lief. Fast hätte ich gerufen, um ihn zu warnen, so offensichtlich war die Absicht des Affen. Doch ich hatte weder Zeit noch Kraft dafür, und schon stürmte der Mann wie ein Reh auf das ungeschützte Gelände. Der Schuss erklang, als er die Mitte des Schießplatzes erreicht hatte. Er machte einen Satz, sackte in sich zusammen und blieb nach ein paar krampfhaften Zuckungen reglos liegen. Doch das Leiden des Opfers beobachtete ich erst etwas später, da meine Aufmerksamkeit noch immer von dem Gorilla beansprucht wurde. Ich hatte die Veränderung seiner Mimik verfolgt, seit ihn das Geräusch aufgeschreckt hatte und einige überraschende Nuancen registriert. Zuerst waren da die Grausamkeit des Jägers, der seine Beute belauert, und das fieberhafte Vergnügen, das ihm diese Aufgabe bereitet. Doch vor allem erstaunte mich die Menschlichkeit seines Gesichtsausdrucks. In den Augen dieses Tieres glühte jener geistige Funke, den ich bei den Menschen so rohers vergeblich gesucht hatte. Die Angst um meine eigene Lage vertrieb bald meine anfängliche Fassungslosigkeit. Der Knall lenkte meinen Blick erneut auf das Opfer und ich wurde zum erschrockenen Zeugen seiner letzten Zuckungen. Dann bemerkte ich entsetzt, dass die Allee, die den Wald durchschnitt, von menschlichen Körpern übersät war. Ich konnte mir bezüglich der Bedeutung dieser Szene nicht länger etwas vorgaukeln. Hundert Schritte vom ersten Gorilla entfernt entdeckte ich einen weiteren, der dem ersten ähnelte. Ich war Zeuge einer Treibjagd. Leider nahm ich sogar daran teil. Einer fantastischen Treibjagd, bei der die Jäger, die in regelmäßigen Abständen postiert waren, Affen waren und das getriebene Wild aus Menschen wie mir bestand. Männern und Frauen, deren nackte, durchlöcherte und in lächerlichen Haltungen verdrehte Leichen den Boden mit Blut tränkten. Ich wandte den Blick von diesem unerträglichen Grauen ab und betrachtete den grotesken Gorilla, der mir den Weg versperrte. Er hatte einen Schritt zur Seite gemacht und dabei den Blick auf einen anderen Affen freigegeben, der hinter ihm stand, wie ein Diener bei seinem Herrn. Dieser war ein kleiner Schimpanse, ein junger Schimpanse. Ich schwöre es, der weniger aufwendig gekleidet war als der Gorilla mit Hose und Hemd und er flink seine Rolle in der akribischen Ordnung spielte, die ich zu entdecken begann. Der Jäger hatte ihm gerade sein Gewehr hingehalten. Der Schimpanse reichte ihm ein anderes, das er zur Hand hatte. Dann benutzte der kleine Affe die Patronen, die er am Gürtel trug und die unter den Strahlen von Betaygoize glänzten, um die Waffe mit exakten Bewegungen neu zu laden. Danach nahm jeder wieder seinen Posten ein. All diese Eindrücke waren innerhalb weniger Augenblicke auf mich eingeprasselt. Ich hätte gern nachgedacht und meine Entdeckungen analysiert, doch mir fehlte die Zeit dazu. Arthur Levin, der starr vor Schreck neben mir stand, konnte mir in keiner Weise helfen. Die Gefahr wuchs mit jeder Sekunde. Die Treiber näherten sich hinter uns, ihr Spektakel wurde ohrenbetäubend. Wir wurden gehetzt wie wilde Naturen, die ich noch immer um mich herum rennen sah. Die Einwohnerzahl der Siedlung musste noch höher sein, als ich angenommen hatte, da immer noch mehr Menschen auf den Pfad stürmten, um dort einen grauenvollen Tod zu finden. Jedoch nicht alle. Ich zwang mich, ein wenig ruhiger zu werden und beobachtete von meiner Anhöhe herab das Verhalten der Fliehenden. Einige waren vollkommen kopflos auf sich aufmerksam machten, die sie unfehlbar abschossen. Doch andere zeigten, dass sie überlegter handelten, wie altes Schwarzwild, das schon mehrfach getrieben wurde und zahlreiche Tricks erlernt hat. Diese näherten sich heimlich, hielten am Waldrand einen Moment lang inne, beobachteten durch das Blattwerk den nächsten Jäger und passten einen Augenblick ab, in dem seine Aufmerksamkeit in eine andere Richtung gelenkt war. Dann überquerten sie mit einem Satz schnellstmöglich die mörderische Allee. Einigen gelang es so, unbeschadet das gegenüberliegende Dickicht zu erreichen und darin zu verschwinden. Dies war vielleicht eine Rettungsmöglichkeit. Ich gab Levin an Zeichen mir zu folgen und kroch lautlos bis zum letzten Gestrüpp vor dem Pfad. Dann kamen mir alberne Bedenken. Musste ich, ein Mensch, wirklich zu solchen Tricks Züchtigen. Das zunehmende Getöse hinter mir machte diese verrückte Anwandlung zunichte. Die Jagd endete mit höllischem Tumult. Die Treiber waren uns auf den Fersen. Einen von ihnen sah ich flüchtig, als er aus dem Laubwerk hervorkam. Es war ein riesiger Gorilla, der wahllos mit einem Knüppel um sich schlug und dabei aus vollem Hals brüllte. Er erschien mir noch furchterregender als der Jäger mit dem Gewehr. Levin begann mit den Zähnen zu klappern und am ganzen Leib zu zittern, während ich wieder schaute, was vor mir lag und auf einen günstigen Augenblick wartete. Unbeabsichtigt rettete mir mein unglückseliger Begleiter durch seine Unvorsichtigkeit das Leben. Er hatte völlig den Verstand verloren. Ohne jede Vorsicht stand er auf, rannte auf gut glücklos und stürzte mitten in der Schusslinie des Jägers auf die Allee. Er kam nicht weit. Der Schuss schien ihn zu zerreißen und er stürzte. Seine Leiche war nun Teil der vielen, die bereits den Boden bedeckten. Ich verlor keine Zeit mit Tränen. Was konnte ich noch für ihn tun, sondern erwartete fieberhaft den Moment, in dem der Gorilla seinem Diener das Gewehr reichen würde. Sobald er es tat, sprang ich auf und überquerte die Allee. Wie in einem Traum sah ich ihn hastig nach der Waffe greifen, doch ich war bereits in Deckung, als er anlegte. Ich hörte einen Ausruf, der wie ein Fluch klang, doch ich verlor keine Zeit damit, darüber nachzudenken. Ich hatte ihn getäuscht. Deswegen verspürte ich ein einzigartiges Glücksgefühl, das für meine Demütigung wie Balsam wirkte. Mit all meiner Kraft rannte ich weiter, um mich so schnell wie möglich von dem Gemetzel zu entfernen. Die Schreie der Treiber hörte ich nicht mehr. Ich war gerettet. Gerettet. Ich unterschätzte die Bösartigkeit der Affen des Planeten Soror. Ich war noch nicht einmal hundert Meter weit gelaufen, als ich mit gesenktem Kopf gegen ein Hindernis stieß, das in Laubwerk versteckt war. Es war ein grobmaschiges Netz, das über dem Boden hing und große Taschen hatte. In eine davon stürzte ich tief hinein. Ich war nicht der einzige Gefangene. Das Netz sperrte einen großen Bereich des Waldes ab, und eine Traube aus Flüchtlingen, die den Gewehren entkommen waren, Zucken von ihren Versuchen, sich zu befreien. Als ich spürte, dass ich gefangen war, ergriff mich blinde Wut, eine Wut, die stärker war als die Angst und die es mir unmöglich machte, irgendeinen Gedanken zu fassen. Ich tat genau das Gegenteil von dem, wozu mir mein Verstand riet. Das heißt, ich schlug völlig planlos um mich, wodurch sich die Maschen noch wusste. Nun war ich der Gnade der Affen ausgeliefert, die ich herankommen hörte. Todesangst ergriff mich, als ich ihre Truppe näher kommen sah. Nachdem ich Zeuge ihrer Grausamkeit geworden war, dachte ich, sie würden ein allgemeines Massaker begehen. Die Jäger, alle samt Gorillas, gingen voran. Mir fiel auf, dass sie ihre Waffen abgelegt hatten, was mir ein wenig Hoffnung machte. Hinter ihnen kamen die Diener und Treiber, deren Gruppe zu ungefähr gleichen Teilen aus Gorillas und Schimpansen bestand. Die Jäger schienen die Herren zu sein und verhielten sich wie Aristokraten. Sie schienen nichts Böses im Schilde zu führen und riefen einander in bester Laune alles Mögliche zu. Tatsächlich bin ich heute so an die Widersprüche dieses Planeten gewöhnt, dass wie absurd er ist. Und dennoch ist er wahr. Die Gorillas traten auf wie Aristokraten. Sie riefen einander fröhlich Dinge in einer artikulierten Sprache zu, und ihre Gesichter zeigten ständig menschliche Gefühle, von denen ich bei Nova vergebens eine Spur gesucht hatte. Ach, das war bloß aus Nova geworden. Ich erschauderte, als ich mich an die blutige Allee erinnerte. Nun verstand ich, warum sie der Anblick unseres Schimpansen so erregt hatte. Zwischen diesen beiden Rassen bestand mit Sicherheit ein erbitterter Hass. Um sich davon zu überzeugen, reichte es schon, das Verhalten der gefangenen Menschen zu beobachten, als sich die Affen näherten. Sie bewegten sich hektisch hin und her, schlugen mit allen Vieren um sich, knirschten mit Schaum vor dem Mund mit den Gorillas – ich stellte überrascht fest, dass ich sie unbewusst als Herren bezeichnete – ihren Knechten ein paar Befehle. Große, relativ niedrige Wagen, deren Ladeflächen aus Käfigen bestanden, wurden auf einem Pfad jenseits des Netzes herangebracht. Darin wurden wir eingeschlossen, immer etwa zehn Menschen pro Karren, was recht lange dauerte, da sich die Gefangenen verzweifelt werten. Zwei Gorillas, deren Hände in Bisse zu vermeiden, packten sie einen nach dem anderen, lösten sie aus der Falle und warfen sie in einen Käfig, dessen Tür schnell wieder geschlossen wurde, während einer der Herren nachlässig auf einen Spazierstock gestützt die Operation leitete. Als ich an der Reihe war, wollte ich die Aufmerksamkeit auf mich lenken, indem ich sprach. Doch ich hatte kaum den Mund geöffnet, als Schuh ins Gesicht drückte. Ich musste schweigen und wurde wie ein Strohballen in einen der Käfige geworfen, zusammen mit etwa einem Dutzend Männer und Frauen, die noch zu aufgebracht waren, um auf mich zu achten. Als wir alle eingeladen waren, überprüfte einer der Diener die Verschlussmechanismen der Käfige und erstattete dann seinem Herren Bericht. Dieser vollführte eine Handbewegung und Motorbrummen heilte durch den Wald. Die Wagen setzten sich in Bewegung. Sie wurden alle von einer Art motorisierter Zugmaschine gezogen, die die Affen steuerten. Ich konnte den Fahrer des Wagens, der meinem folgte, sehr gut erkennen. Es war ein Schimpanse. Er trug einen Blaumann und schien gut gelaunt zu sein. Manchmal rief er uns ironische Kommentare zu, und als der Motor leiser wurde, konnte ich hören, wie er eine Melodie mit einem recht schwermütigen Rhythmus summte, die nicht unharmonisch klang. Diese erste Strecke war so kurz, dass ich kaum Zeit hatte, mich zu sammeln. Nachdem wir eine Viertelstunde lang eine schlechte Straße entlang gefahren waren, hielt die Kolonne auf einer großen Erdaufschüttung vor einem Steinhaus an. Wir befanden uns am Waldrand. Weiter entfernt erkannte ich eine Ebene mit Pflanzenkulturen, die wie Getreide aussahen. Das Haus wirkte mit seinem roten Ziegeldach, den grünen Fensterläden und den Inschriften, die auf einem Schild am Eingang standen, wie ein Gasthof. Schnell begriff ich, dass es ein Treffpunkt für die Jagdteilnehmer war. Die Affenweibchen waren hierher gekommen, um ihre Männer abzuholen, als wir. Die Gorilladamen saßen auf Sesseln im Kreis und plauderten im Schatten hoher Bäume, die Palmen ähnelten. Eine von ihnen trank von Zeit zu Zeit mit Hilfe eines Strohhalms aus einem Glas. Als die Wagen geparkt waren, kamen sie näher, voller Neugier auf das Ergebnis der Jagd, vor allem auf das geschossene Wild, das die Gorillas mit langen Schürzen geschützt Es war die ruhmvolle Jagdbeute. Auch hierbei gingen die Affen methodisch vor. Sie legten die blutigen Leichenschnur gerade nebeneinander aufgereiht auf den Rücken. Dann begannen sie, das Wild ansprechend darzubieten, während die Damen kurze bewundernde Rufe ausstießen. Sie legten die Arme ausgestreckt mit geöffneten Händen neben die Körper die Handflächen nach oben. Sie zogen an den Beinen und bewegten die Gelenke, damit die Körper weniger tot aussahen, begradigten unschön verkrümmte Gliedmaßen oder milderten die Krümmung eines Genicks. Danach glätteten sie sorgfältig die Haare, besonders die der Frauen, wie manche Jäger das Fell oder Gefieder eines Tieres glätten, das sie gerade erlegt haben. Ich fürchte, ich werde nicht erklären können, wie grotesk und teuflisch diese zur Schaustellung für mich war. Habe ich ausreichend betont, wie vollkommen und absolut primatenhaft diese Affen abgesehen vom Ausdruck ihres Blickes aussahen? Habe ich erwähnt, dass sich diese Affenweibchen, die ebenfalls sportlich, doch äußerst sorgfältig gekleidet waren, gegenseitig anrempelten, um die schönsten Stücke zu finden und darauf zu zeigen, während sie den Gorilla-Herren gratulierten? Habe ich erzählt, dass eine von ihnen eine kleine Schere aus ihrer Handtasche holte, sich über eine Leiche beugte, einige braune Haarsträhnen abschnitt, daraus einen Ring um ihren Finger legte und diesen dann mit einer Nadel an ihrer Haube befestigte, was die anderen ihr bald nachmachten? Die Zurschaustellung der Beute war beendet. Drei Reihen voller Leichen, sorgfältig drapiert, abwechselnd Männer und Frauen, die dem monströsen Himmelskörper, der den Himmelfeuer rot färbte, ihre goldenen Leiber entgegenstreckten. Voller Grauen wandte ich den Blick ab und bemerkte eine neue Person, die mit einer länglichen Kiste auf einem Dreifuß in der Hand näher kam. Es war ein Schimpanse. Rasch erkannte ich in ihm den Fotografen, der die Erinnerung an die jägerlichen Heldentaten Stunde, da sich die Gorillas zunächst einzeln in vorteilhaften Posen fotografieren ließen, wobei einige triumphierend den Fuß auf eines ihrer Opfer stellten. Danach ließen sie sich in einer dichten Gruppe ablichten, in dem jeder den Arm um die Schultern seines Nachbarn legte. Dann waren die Affen Weibchen an der Reihe und stellten sich anmutig vor dem Massengrab auf, wobei sie darauf achteten, dass ihre verzierten Hüte gut sichtbar waren. Diese Szene barg einen Schrecken, dem ein normales Hirn nichts entgegen zu setzen hatte. Für eine Weile gelang es mir, das Bild, das in meinen Adern kochte, in Schach zu halten. Doch als sich eine der Frauen auf eine Leiche setzte, um ein noch aufsehen erregenderes Foto zu bekommen, und ich anhand des anderen ausgestreckt lag, meinen unglückseligen Begleiter Arthur Levin erkannte, konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen. Meine Erregung machte sich auf absurde Art und Weise Luft, die zum grotesken Aspekt dieser makaberen zur Schaustellung passte. Mich überkam eine irrsinnige Heiterkeit, und ich brach in Gelächter aus. Ich hatte nicht an meine Käfig Gefährten gedacht, ich konnte nicht klar denken. Die Unruhe, die durch mein Lachen entstand, erinnerte mich an ihre Anwesenheit, die für mich mit Sicherheit genauso gefährlich war wie die der Affen. Drohend streckten sich mir ihre Arme entgegen. Ich erkannte die Gefahr und erstickte meine Ausbrüche, indem ich den Kopf zwischen meinen Armen vergrub. Ich weiß jedoch nicht, ob ich möglicherweise erwürgt und in Stücke gerissen worden wäre, wenn nicht einige Affen, die durch den Lärm aufgeschreckt worden waren, mithilfe spitzer Stöcke die Ordnung wiederhergestellt hätten. Bald lenkte ein anderes Ereignis die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Im Gasthof läutete eine Glocke zum Mittagessen. Die Gorillas gingen in kleinen Gruppen in Richtung des Hauses, wobei sie fröhlich plauderten, während der Fotograf seine Apparate einpackte, nachdem er noch ein paar Fotos von unseren Käfigen gemacht hatte. Wir Menschen wurden jedoch nicht vergessen. Ich wusste nicht, was die Affen mit uns vorhatten, doch sie dachten daran, uns zu versorgen. Bevor sie im Gasthof verschwanden, gab einer der Herren einem anderen Gorilla, bei dem es sich um den Gruppenleiter zu handeln schien, Anweisungen. Dieser kam wieder in unsere Richtung, versammelte seine Truppe und bald brachten uns die Diener Essen in Schalen und Kübeln. Die Nahrung bestand aus einer Art Futterbrei. Ich hatte keinen Hunger, war aber entschlossen, zu essen, um bei Kräften zu bleiben. Ich näherte mich einem der Behälter, um den herum mehrere Gefangene kauerten. Wie sie streckte ich schüchtern eine Hand aus. Sie sahen mich mürrisch an, ließen mich jedoch gewähren, da reichlich Nahrung vorhanden war. Es war ein dicker Getreidebrei, der nicht übel schmeckte. Ohne Unbehagen schluckte ich ein paar Handvoll davon. Dank unserer Bewacher wurde unser Menü noch etwas bereichert. Da die Jagd beendet war, zeigten sich die Treiber, vor denen ich solche Angst gehabt hatte, nicht von ihrer bösartigen Seite, solange wir uns gut benahmen. Sie spazierten vor den Käfigen umher und warfen uns von Zeit zu Zeit Früchte zu, wobei sie sich sehr über das Durcheinander amüsierten, das jedes Obststück unfehlbar hervorrief. Ich beobachtete eine Szene, die mir zu denken gab. Nachdem ein kleines Mädchen eine Frucht aus der Luft gefangen hatte, stürzte sich ihr Nachbar auf sie, um sie fuhr damit zwischen die Gitterstäbe und schubste den Mann brutal zurück. Dann gab er dem Kind eine zweite Frucht direkt in die Hand. So erfuhr ich, dass diese Wesen zu Mitgefühl fähig waren. Als die Mahlzeit beendet war, machten sich der Gruppenleiter und seine Gehilfen daran, die Zusammensetzung der Kolonne umzugestalten, indem sie bestimmte Gefangene von einem Käfig in einen anderen Verluden. Sie schienen eine Art Auslese durchzuführen, deren Kriterien ich nicht verstand. Als ich mich schließlich in einer Gruppe besonders gut aussehender Männer und Frauen wiederfand, zwang ich mich dazu, mir selbst einzureden, dass wir die bemerkenswertesten Exemplare waren, und verspürte ein bitteres Trostgefühl bei der Überlegung, dass die Affen mich auf den ersten Blick als würdig angesehen hatten, zu einer Elite zu gehören. Ich war überrascht und ungeheuer froh, Nova unter meinen neuen Gefährten zu entdecken. Sie war dem Massaker entkommen und dafür dankte ich dem Himmel von Betai Goetze. Besonders ihretwegen hatte ich lange aufmerksam die Opfer betrachtet und ständig bei dem Gedanken gezittert, ihren prächtigen Körper im Leichenhaufen zu entdecken. Es kam mir vor, als fände ich ein mit ausgebreiteten Armen auf sie zustürzte. Das war der reine Wahnsinn, denn meine Geste versetzte sie in Angst und Schrecken. Hatte sie unsere nächtliche Intimität etwa vergessen? War dieser wundervolle Körper tatsächlich von keinem Geist beseelt? Ich war niedergeschmettert, als ich sah, wie sie sich bei meiner Annäherung anspannte und die Hände verkrampfte, als wolle sie mich erwürgen, was sie vermutlich auch getan hätte, wenn ich sie weiter bedrängt hätte. Doch da ich mich nicht mehr bewegte, beruhigte sie sich recht schnell. Sie streckte sich in einer Ecke des Käfigs aus und seufzend folgte ich ihrem Beispiel. Die anderen Gefangenen hatten es ebenso gemacht. Sie wirkten nun erschöpft, niedergeschlagen und schicksalsergeben. Draußen bereiteten die Affen die Abfahrt der Kolonne vor. Eine Plane wurde über unseren Käfig gespannt und bis auf halbe Höhe der Seitenwände heruntergeklappt, sodass noch Tageslicht hereindrang. Befehle wurden gebrüllt und man ließ die Motoren an. Ich spürte, wie ich mit hoher Geschwindigkeit zu einem unbekannten Ziel gebracht wurde und mich quälte die Angst vor neuen Leiden, die mich auf dem Planeten so roher erwarteten. Ich war völlig am Ende. Die Ereignisse dieser zwei Tage hatten meinen Körper zerschlagen und meinen Geist so sehr verwirrt, dass ich bisher nicht in der Lage gewesen war, den Verlust meiner Kameraden zu betrauern oder mir gar klarzumachen, was die Beschädigung der Schaluppe für meine Zukunft bedeutete. Erleichtert begrüßte ich die Dämmerung und die darauf folgende Isolation in der beinahe vollkommenen Dunkelheit, denn der Abend kam rasch und wir fuhren die ganze Nacht hindurch. Mit allen Mitteln versuchte ich, den Ereignissen, deren Zeuge ich geworden war, einen Sinn zu geben. Diese geistige Anstrengung brauchte ich, um der lauernden Hoffnungslosigkeit zu entfliehen und mir selbst zu beweisen, dass ich ein Mensch war. Ich meine ein Mensch der Erde, eine vernunftbegabte Kreatur, die daran gewöhnt war, eine logische Erklärung für die wundersamen Launen der Natur zu finden und kein von höher entwickelten Affen gejagtes Tier. In meinem Kopf ging ich meine Beobachtungen durch, von denen sich mir viele unbewusst eingeprägt hatten. Sie alle wurden von einem allgemeinen Gesamteindruck beherrscht. Diese Affen, Egal ob männlich oder weiblich, Gorillas oder Schimpansen waren in keiner Weise lächerlich. Ich habe bereits erwähnt, dass sie auf mich niemals wie verkleidete Tiere gewirkt hatten, wie die klugen Affen, die in unseren Zirkussen gezeigt werden. Auf der Erde wird ein Hut auf dem Kopf eines Affen Weibchens für viele zu einem amüsanten Schauspiel. Für mich ist es eher peinlich. So war es hier natürlich. Das Affenweibchen, das aus dem Glas mit Strohhalm trank, wirkte wie eine Dame. Ich erinnerte mich auch, gesehen zu haben, wie einer der Jäger eine Pfeife aus der Tasche zog, sie methodisch stopfte und anzündete. Nun ja, nichts an dieser Handlung hatte meinem Instinkt widersprochen, so routiniert waren seine Bewegungen. Erst nach einigem Nachdenken wurde mir das Paradoxe daran klar. Über diesen Aspekt grübelte ich lange nach und bedauerte zum ersten Mal seit meiner Gefangennahme, dass Professor Antell verschwunden war. Mit seiner Weisheit und seinem Fachwissen hätte er mit Sicherheit eine Erklärung für dieses Paradoxon finden können. Was wohl aus ihm geworden war? Ich war mir sicher, dass er nicht Teil der zur Schau gestellten Beutestücke gewesen war. Befand er sich unter den Gefangenen? Das war durchaus möglich, schließlich hatte ich sie nicht alle gesehen. Ich wagte nicht zu hoffen, dass er es geschafft hatte, einer Gefangennahme zu entgehen. Mit meinen unzureichenden Mitteln versuchte ich, eine Hypothese zu entwickeln, die mich, um ehrlich zu sein, jedoch nicht richtig überzeugte. Vielleicht war es den Bewohnern dieses Planeten, den zivilisierten Wesen, deren Städte wir gesehen hatten, gelungen, die Affen so zu dressieren, dass sie ein mehr oder weniger vernünftiges Verhalten zeigten, was dann durch geduldige Auslese und Bemühungen an mehrere Generationen weitergegeben worden war. Schließlich erbrachten auf der Erde manche Schimpansen erstaunliche Leistungen. Selbst der Umstand, dass sie eine Sprache beherrschten, war vielleicht gar nicht so außergewöhnlich, wie ich gedacht hatte. Ich erinnerte mich jetzt an eine Diskussion mit einem Spezialisten zu diesem Thema. Er hatte mir erklärt, dass ernsthafte Fachleute einen Teil ihres Lebens mit dem Versuch verbrachten, Primaten zum Sprechen zu bringen. Er behauptete, dass von den Voraussetzungen der Tiere her nichts dagegen sprach. Bisher waren alle ihre Versuche erfolglos geblieben, doch sie gaben nicht auf und gingen davon aus, dass das einzige Hindernis darin bestand, dass die Affen nicht sprechen wollten. Dies hatte es den hypothetischen Bewohnern erlaubt, sie für bestimmte grobe Aufgaben zu benutzen, wie diese Jagd, im Verlauf derer ich gefangen genommen worden war. Hartnäckig klammerte ich mich an diese Erklärung, denn vor lauter Angst widerstrebte es mir, mir eine andere, einfachere vorzustellen. Für meine Rettung erschien es mir unverzichtbar, dass es auf diesem Planeten wahrhaft vernunftbegabte Wesen gab, also Menschen wie mich, mit denen ich über alles sprechen konnte. Menschen. Zu welcher Rasse gehörten dann die Wesen, die die Affen erschossen und gefangen genommen hatten? Waren es unterentwickelte Stämme? Wenn dem so war, mussten die Herren dieses Planeten sehr grausam sein. Wie sonst konnten sie solche Massaker dulden oder vielleicht sogar den Befehl dazu geben? Von diesen Gedanken wurde ich durch eine Gestalt abgelenkt, die zu mir herankroch. Es war Nova. Um mich herum lagen die Gefangenen gruppenweise auf dem Käfigboden. Nachdem sie einen Moment lang gezögert hatte, schmiegte sie sich an mich wie am Abend zuvor. Erneut versuchte ich vergebens in ihrem Blick jenen Funken zu entdecken, der ihrer Geste den Wert einer freundlichen Regung verliehen hätte. Sie wandte den Kopf ab und schloss bald darauf die Augen. Dennoch tröstete mich ihrer bloße Anwesenheit und ich schlief an sie gepresst ein, wobei ich versuchte, nicht an den kommenden Tag zu denken. Es gelang mir, bis zum Tagesanbruch zu schlafen, als hätte mein Körper einen Abwehrreflex gegen den Ansturm allzu niederschmetternder Gedanken entwickelt. Mein Schlaf wurde jedoch von unruhigen Albträumen unterbrochen, in denen mir Novas Körper wie eine monströse Schlange erschien, die sich um mich wickelte. Am Morgen öffnete ich die Augen. Sie war bereits wach. Sie hatte sich ein Stück von mir entfernt und beobachtete mich mit ihrem ständig erstaunten Blick. Unser Fahrzeug wurde langsamer und ich bemerkte, dass wir in die Stadt hineinfuhren. Die Gefangenen waren aufgestanden und klammerten sich an die Vortag wieder anzufachen schien. Ich folgte ihrem Beispiel, presste mein Gesicht gegen die Gitterstäbe und erblickte zum ersten Mal eine der zivilisierten Städte des Planeten Soror. Wir fuhren eine recht breite Straße mit Bürgersteigen auf beiden Seiten hinunter. Begierig betrachtete ich die Passanten. Es waren Affen. Ich sah einen Händler, eine Art Krämer, der gerade den Vorhang seines Ladens geöffnet hatte und sich neugierig umschaute, um zuzusehen, wie wir vorbeifuhren. Auch er war ein Affe. Ich versuchte, die Passanten und Autofahrer zu erkennen, die uns überholten. Sie waren nach unserer Mode gekleidet und alle waren Affen. Meine Hoffnung, eine zivilisierte, menschliche Rasse zu entdecken, stellte sich als trügerisch heraus und ich durchlebte das Ende der Anfahrt Nun bemerkte ich, dass sich die Kolonne während der Nacht aufgelöst hatte und nur noch aus zwei Fahrzeugen bestand, während die restlichen in eine andere Richtung gefahren sein mussten. Nachdem wir eine Toreinfahrt durchquert hatten, hielten wir auf einem Hof an. Bald waren wir von Affen umringt, die sich bemühten, die wachsende Aufregung der Gefangenen durch ein paar Stiche mit ihren gleich aussahen. Der Komplex wirkte wie ein Krankenhaus und dieser Eindruck wurde durch die Ankunft neuer Personen untermauert, die näher traten, um unsere Wächter zu begrüßen. Alle waren wie Krankenschwestern mit weißen Kitteln und kleinen Kappen bekleidet. Es waren Affen. Sie alle waren Affen, ausnahmslos, Gorillas und Schimpansen. Sie halfen den Wächtern dabei, die Wagen zu entladen. Wir wurden nacheinander aus dem Käfig geholt, in einen großen Sack gesteckt und ins Innere des Gebäudes gebracht. Ich leistete keinerlei Widerstand und ließ mich von zwei weiß gekleideten Gorillas wegtragen. Einige Minuten lang hatte ich das Gefühl, dass wir langen Gängen folgten und Treppen hinaufstiegen. Dann wurde ich unsanft auf dem Boden abgesetzt und gleich nach dem Öffnen des Sacks in einen neuen Käfig geworfen, der fest installiert war. Der Boden war mit einem Haufen Stroh bedeckt und ich war vollkommen allein. Einer der Gorillas verriegelte sorgfältig die Tür. Der Saal, in dem ich mich befand, enthielt eine große Anzahl von Käfigen wie meinen, die in zwei Reihen aufgestellt waren und zwischen denen ein Gang lag. Die meisten waren schon belegt, andere von Männern und Frauen, die schon lange in Gefangenschaft sein mussten. Diese erkannte man an einer bestimmten resignierten Haltung. Sie betrachteten die Neuankömmlinge mit einem ernüchterten Ausdruck und horchten kaum auf, als einer von ihnen klagend wimmerte. Mir fiel auch auf, dass die neuen Gefangenen in Einzelzellen untergebracht wurden, während die alten Hasen meist paarweise eingesperrt waren. Als ich Stäben hindurchsteckte, bemerkte ich am Ende des Ganges einen größeren Käfig, in dem viele Kinder saßen. Im Gegensatz zu den Erwachsenen schienen sie wegen der Ankunft unserer Gruppe sehr aufgeregt zu sein. Sie gestikulierten, schubsten einander und versuchten, an den Gittern zu rütteln, wobei sie kurze Schreie ausstießen, wie junge, streitlustige Affen. Die beiden Gorillas kamen mit einem weiteren Sack wieder. Daraus kam meine Freundin Nova hervor, und ich wurde erneut dadurch getröstet, dass sie in dem Käfig untergebracht wurde, der meinem direkt gegenüber lag. Sie wehrte sich dagegen auf ihre Art, indem sie sich nach Kräften bemühte, zu kratzen und zu beißen. Als das Gitter verschlossen war, warf sie sich gegen die Stäbe, versuchte daran zu rütteln, knirschte mit den Zähnen und stieß ein jämmerliches Geheul aus. Nach einer Minute dieses Spektakels bemerkte sie mich. Er starrte und reckte ein wenig den Hals wie ein überraschtes Tier. Ich warf ihr ein angedeutetes Lächeln zu und machte eine kleine Handbewegung, die sie ungeschickt nachzuahmen versuchte, was mein Herz vor Glück höher schlagen ließ. Ich wurde durch die Rückkehr der beiden Gorillas in weißen Kitteln abgelenkt. Sie mussten mit dem Entladen fertig sein, da sie keine Last trugen, aber sie schoben eine Karre, die mit Nahrung und Eimern voll Wasser beladen war. Sie verteilten sie an die Gefangenen, wodurch unter ihnen wieder Ruhe einkehrte. Bald war ich an der Reihe. Während einer der Gorillas Wache stand, betrat der andere meinen Käfig und stellte mir einen Napf mit Brei, etwas Obst und einen Eimer hin. Ich hatte beschlossen, alles zu tun, um mit den Affen in Kontakt zu treten, die die einzigen zivilisierten und vernunftbegabten Wesen auf diesem Planeten zu sein schienen. Derjenige, der mir das Essen gebracht hatte, wirkte nicht bösartig. Als er merkte, dass ich mich ruhig verhielt, klopfte er mir sogar mit einer vertrauten Geste auf die Schulter. Ich sah ihm in die Augen, dann beschrieb ich mit der Hand einen Halbkreis vor meiner Brust und verbeugte mich förmlich vor ihm. Als ich den Kopf hob, sah ich in seinem Gesicht einen äußerst überraschten Ausdruck. Daraufhin lächelte ich ihn an und legte meine ganze Seele in dieses Lächeln. Er wollte gerade den Käfig verlassen, hielt aber verdutzt inne und stieß einen Schrei aus. Endlich war es mir gelungen, mich bemerkbar zu machen. Ich wollte sicher gehen, dass ich erfolgreich war, indem ich all meine Fähigkeiten unter Beweis stellte und sprach recht dumm die erstbesten Sätze aus, die mir in den Sinn kamen. Wie geht es Ihnen? Ich bin ein Mensch von der Erde. Ich habe eine lange Reise hinter mir. Der Sinn der Aussage war gleichgültig. Mir kam es darauf an zu sprechen, um ihm meine wahre Natur zu zeigen. Dieses Ziel hatte ich durchaus erreicht. Noch nie hatte sich eine solche Verblüffung im Gesicht eines Affen abgezeichnet. Er stand mit angehaltenem Atem und offenem Mund da, genau wie sein Begleiter. Die beiden begannen sich halblaut und schnell zu unterhalten, doch das Ergebnis fiel nicht so aus, wie ich gehofft hatte. Nachdem er mich misstrauisch betrachtet hatte, wich der Gorilla rasch zurück und verließ den Käfig, den er noch sorgfältiger verschloss als zuvor. Die beiden Affen sahen sich einen Moment lang an und brachen dann in schallendes Gelächter aus. Ich musste ein wirklich einzigartiges Phänomen darstellen, da sie gar nicht mehr aufhören konnten, über mich zu staunen. Die Tränen stiegen ihnen in die Augen und einer vorholen zu können. Ich war so enttäuscht, dass ich auf einmal schrecklich wütend wurde. Ich begann ebenfalls an den Gitterstäben zu rütteln, die Zähne zu blecken und sie in jeder Sprache zu beschimpfen, die ich kannte. Als ich meinen Schatz an Schimpfwörtern erschöpft hatte, brüllte ich ihnen unartikulierte Laute entgegen, was nur bewirkte, dass sie mit den Schultern zuckten. Dennoch war es mir gelungen, die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Im Weggehen drehten sie sich mehrfach zu mir herum, um mich zu beobachten. Da ich mich beruhigt hatte, weil ich am Ende meiner Kräfte war, sah ich, wie einer von ihnen ein Heft aus der Tasche zog und ein paar Notizen machte. Zuvor hatte er sich sorgfältig eine Bezeichnung aufgeschrieben, die auf einem Schild oben an meinem Käfig stand. Ich ging davon aus, dass es eine Nummer war. Sie gingen weg. Nachdem meine Vorführung sie einen Moment in Unruhe versetzt hatte, wandten sich die anderen Gefangenen wieder ihrem Essen zu. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu essen und mich auszuruhen, während ich auf eine günstigere Gelegenheit wartete, mein edles Wesen zu offenbaren. Wieder aß sich Getreidebrei und ein paar saftige Früchte. Mir gegenüber hörte Nova manchmal aufzukauen, um mir verstohlene Blicke zuzuwerfen. Den Rest des Tages ließ man uns in Frieden. Nachdem sie uns am Abend eine weitere Mahlzeit gebracht hatten, zogen sich die Gorillas zurück und löschten das Licht. In dieser Nacht schlief ich wenig. Das lag nicht daran, dass der Käfig unbequem war, im Gegenteil. Der Heuhaufen war dick und stellte eine annehmbare Lagerstätte dar. Ich konnte jedoch einfach nicht aufhören, mir Pläne auszudenken, um mit den Affen zu kommunizieren. Ich nahm mir selbst das Versprechen ab, keinen weiteren Wutausbruch zu bekommen, sondern mit unendlicher Geduld jede Gelegenheit zu suchen, meine geistigen Fähigkeiten zu demonstrieren. Die beiden Wächter, mit denen ich es zu tun gehabt hatte, waren wahrscheinlich engstirnige Untergebene, die meinen Vorstoß nicht zu deuten wussten. Doch es musste noch kultiviertere Affen geben. Am nächsten Morgen stellte ich fest, dass diese Hoffnung nicht vergebens war. Ich war seit einer Stunde wach. Die meisten meiner Gefährten liefen in ihren Käfigen unaufhörlich im Kreis herum, wie manche Tiere in Gefangenschaft. Als ich bemerkte, dass ich schon seit einer Weile ganz unbewusst das Gleiche tat, wurde ich dessen überdrüssig und zwang mich dazu, vor dem Gitter Platz zu nehmen, wobei ich eine so menschliche und nachdenkliche Haltung einnahm wie irgend möglich. In diesem Moment wurde die Tür des Ganges aufgestoßen und ich sah eine neue Person eintreten, die von den zwei Wächtern begleitet wurde. Es war ein weiblicher Schimpanse und daran, wie sich die Gorillas ihr gegenüber verhielten, erkannte ich, dass sie eine wichtige Position in dieser Einrichtung innehatte. Die Wächter hatten ihr sicherlich von mir berichtet, denn nachdem sie eingetreten war, stellte die Affendame einem von ihnen eine Frage und er deutete in meine Richtung. Daraufhin kam sie direkt auf meinen Käfig zu. Ich beobachtete sie aufmerksam, während sie sich näherte. Sie war ebenfalls mit einem weißen Kittel bekleidet, der etwas eleganter geschnitten war als die der Gorillas, an der Taille von einem Gürtel zusammengehalten wurde und dessen kurze Ärmel den Blick auf zwei lange, bewegliche Arme freigaben. Was mir an ihr besonders auffiel, war ihr bemerkenswert lebhafter und intelligenter Blick. Diesen deutete ich als gutes Vorzeichen für unsere zukünftige Beziehung. Trotz der Falten, die ihr weißes Maul überzogen und für Affen normal waren, schien sie sehr jung zu sein. In der Hand hielt sie eine Ledertasche. Vor meinem Käfig blieb sie stehen und begann mich aufmerksam zu betrachten, während sie ein Heft aus der Tasche zog. Guten Tag, Madame, sagte ich mit einer Verbeugung. Ich hatte mit meiner sanftesten Stimme gesprochen. Das Gesicht des Affen Weibchens drückte große Überraschung aus, doch sie blieb ernst und gebot mit einer strengen Geste sogar den Gorillas, die wieder zu kichern angefangen hatten, still zu sein. Madame oder Mademoiselle, fuhr ich ermutigt fort, es ist mir sehr unangenehm, Ihnen unter diesen Umständen und in einem solchen Aufzug zu begegnen, bitte glauben Sie mir, das ich für gewöhnlich nicht. Ich redete noch weiter irgendwelchen Unsinn, wobei ich ausschließlich Wörter wählte, die zu dem zivilisierten Ton passten, an den ich mich halten wollte. Als ich schwieg und meine Rede mit dem freundlichsten Lächeln beendete, verwandelte sich ihr Erstaunen in Fassungslosigkeit. Sie zwinkerte mehrfach und die Falten auf ihrer Stern vertieften sich. Offenbar bemühte sie sich angestrengt darum, die Lösung für ein Problem zu finden. Sie lächelte mir ihrerseits zu, und ich spürte, dass sie begann, einen Teil der Wahrheit zu erahnen. Während dieser Szene beobachteten uns die Menschen in den Käfigen, ohne diesmal jene Streitsucht zu zeigen, die meine Stimme sonst bei ihnen hervorrief. Sie wirkten neugierig. Einer nach dem anderen beendeten sie ihre hektischen Runden, um zum Gitter zu kommen und ihre Gesichter dagegen zu drücken, damit sie uns besser sehen konnten. Nur Nova schien zornig zu sein und lief unablässig hin und her. Das Affenweibchen zog einen Stift aus der Tasche und schrieb ein paar Zeilen in ihr Heft. Dann hob sie den Kopf und begegnete erneut meinem ängstlichen Blick, woraufhin sie mich ein weiteres Mal anlächelte. Dies ermutigte mich, eine weitere freundschaftliche Geste zu wagen. Ich streckte ihr durch das Gitter einen Arm mit geöffneter Hand entgegen. Die Gorillas zuckten zusammen und schickten sich an einzugreifen, doch die Affendame, die zuerst ebenfalls reflexartig zurückweichen wollte, fing sich schnell wieder, hielt sie mit einem Wort zurück und streckte, ohne mich aus den Augen zu lassen, ebenfalls ihren behaarten und leicht zittrigen Arm in meine Richtung aus. Ich bewegte mich nicht. Sie kam näher und legte ihre Hand mit den überlangen Fingern auf mein Handgelenk. Ich spürte, wie sie bei dieser Berührung erschauerte. Ich bemühte mich, keine Bewegung zu machen, die sie hätte erschrecken können. Sie tätschelte meine Hand, streichelte meinen Arm und drehte sich dann triumphierend zu ihren Assistenten um. Ich war vor Hoffnung ganz atemlos, da meine Überzeugung wuchs, dass sie dabei war, mein nobles Wesen zu erkennen. Als sie in befehlendem Ton etwas zu einem der Gorillas sagte, war ich so dumm zu glauben, mein Käfig werde unter Entschuldigungen geöffnet. Doch leider ging es gar nicht darum. Der Wächter durchwühlte seine Tasche und holte einen kleinen weißen Gegenstand hervor, den er seiner Chefin hinhielt. Diese legte ihn persönlich mit einem gewinnenden Lächeln in meine Hand. Es war ein Stück Würfelzucker. Ein Stück Würfelzucker. Ich fiel aus allen Wolken und fühlte mich angesichts dieser entwürdigenden Belohnung auf einmal so entmutigt, dass ich es ihr beinahe ins Gesicht geworfen hätte. Gerade noch rechtzeitig rief ich mir meine guten Vorsätze ins Gedächtnis und zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich nahm den Zucker, verbeugte mich und knabberte ihn mit einer möglichst intelligenten Miene. So spielte sich meine erste Begegnung mit Sera ab. Sera war der Name des Affenweibchens, wie ich bald lernte. Sie fungierte dort, wo ich hingebracht worden war, als und ich spürte, dass es mir gelingen würde, mit ihr zu kommunizieren. Sie unterhielt sich lange mit den Wächtern und auf mich wirkte es so, als gäbe sie ihnen Anweisungen, die mich betrafen. Danach setzte sie ihren Rundgang fort und sah sich die anderen Käfig Insassen an. Aufmerksam betrachtete sie jeden der Neuankömmlinge und machte sich Notizen, die knapper ausfielen als ich vermutlich eifersüchtig geworden. Ich begann stolz auf meinen Status als außergewöhnliches Exemplar zu sein, das als einziges eine Sonderbehandlung verdiente. Als ich sah, wie sie bei den Kindern anhielt und ihnen ebenfalls Zuckerstücke zuwarf, verspürte ich einen heftigen Verdruss, der mindestens ebenso stark war wie Novas, die sich, nachdem sie dem Affenweibchen die Zähne gezeigt hatte, wütend in die hinterste Ecke ihres Käfigs gelegt und mir den Rücken zugekehrt hatte. Der zweite Tag verging wie der erste. Die Affen kümmerten sich nicht weiter um uns, abgesehen davon, dass sie uns Essen brachten. Der Zweck dieser merkwürdigen Einrichtung wurde für mich immer rätselhafter, bis am Tag darauf eine Reihe von Tests an uns begann. Die Erinnerung daran beschämt mich heute. Damals bedeuteten sie jedoch eine Ablenkung für mich. Der erste Test erschien mir anfangs sehr seltsam. Einer der Wächter näherte sich mir, während sich sein Begleiter an einem anderen Käfig zu schaffen machte. Mein Gorilla hatte eine Hand hinter dem Rücken versteckt, in der anderen hielt er eine Trillerpfeife. Er sah mich an, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, setzte die Pfeife an die Lippen und erzeugte eine volle Minute lang eine Folge schriller Töne. Dann nahm er seine andere Hand hinter dem Rücken hervor und zeigte mir aufreizend eine der Bananen, deren Geschmack ich mochte und nach denen sich alle Menschen die Finger leckten. Er hielt mir die Frucht hin, ohne mich aus den Augen zu lassen. Ich streckte den Arm aus, doch die Banane war außer Reichweite und der Gorilla kam nicht näher. Er wirkte enttäuscht und schien eine andere Geste zu erwarten. Nach einem Moment schien er sich zu langweilen, versteckte die Frucht erneut und begann wieder zu pfeifen. Ich war nervös, neugierig, was es mit dieser Ziererei auf sich hatte und hätte fast die Geduld verloren, als er die Banane wieder außerhalb meiner Reichweite schwenkte. Es gelang mir jedoch ruhig zu bleiben und ich versuchte zu erraten, was er von mir erwartete, da er immer überraschter wirkte, als würde ich mich anormal verhalten. Er wiederholte noch fünf oder sechs Mal denselben Zirkus und ging dann entmutigt zu einem anderen Gefangenen. Ich verspürte ein klares Gefühl der Versuch bekam und dass es beim Nächsten genauso war. Ich beobachtete den anderen Gorilla, der in der gegenüberliegenden Reihe die gleiche Zeremonie durchführte genau. Da er inzwischen bei Nova angekommen war, verpasste ich keine einzige ihrer Reaktionen. Er pfiff, dann schwenkte er wie sein Kamerad eine Frucht. Sofort kam die junge Frau in Bewegung, malte mit den Kiefern und auf einmal ging mir ein Licht auf. Nova, die strahlende Nova, hatte beim Anblick dieser Leckerei heftig zu sabbern begonnen, wie ein Hund, dem man ein Stück Futter anbietet. Einzig und allein darauf hatte der Gorilla gewartet. Er überließ ihr das Objekt ihrer Begierde und ging zu einem anderen Käfig. Ich hatte verstanden, sage ich ihnen, und ich war ziemlich stolz. Früher hatte ich Biologie Hier ging es darum, am Menschen die Reflexe zu erproben, die er an seinen Hunden erforscht hatte. Und ich, der vor ein paar Augenblicken noch so dumm gewesen war, konnte nun mit meinem Verstand und meiner Bildung nicht nur den Sinn dieses Tests begreifen, sondern voraussehen, welche folgen würden. Mehrere Tage lang würden die Affen möglicherweise so vorgehen, Pfiffe hinhalten eines beliebten Nahrungsmittels, Nach einer gewissen Zeit wäre es allein der Klang der Triller Pfeife, der zum selben Ergebnis führen würde. Die Menschen hätten konditionierte Reflexe erlernt, wie man im wissenschaftlichen Jargon sagt. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, mich wegen meines Scharfssinns zu beglückwünschen und trumpfte von nun an immer wieder damit auf. Als mein Gorilla wieder bei mir vorbeikam, nachdem er seine Runde beendet hatte, versuchte ich mit allen Mitteln seine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich klopfte gegen das Gitter und zeigte mit großen Gebärden auf meinen Mund, sodass er sich dazu herabließ, mit dem Experiment von vorne anzufangen. Dann begann ich, ab dem ersten Pfiff, lange bevor er die Frucht hervorholte, zu sabbern, wie rasend, wie besessen, zu sabbern, ich, Ulysse Meru, als hinge mein Leben davon ab, so viel Vergnügen machte es mir, ihm meine Intelligenz zu beweisen. Tatsächlich wirkte er äußerst verwirrt, rief nach seinem Begleiter und unterhielt sich lange mit ihm, wie schon am Tag zuvor. Ich konnte der simplen Argumentation dieser Holzköpfe folgen. Dies war ein Mensch, der bis vor einem Augenblick keine Reflexe hatte und nun plötzlich über konditionierte Reflexe verfügte, was bei den anderen viel Zeit und Geduld kostete. Ich bemitleidete sie für ihren schwachen Intellekt, der sie daran hinderte, die einzig mögliche Ursache für diesen plötzlichen Fortschritt zu erkennen, das Bewusstsein. Ich war mir sicher, dass Sira klüger gewesen wäre. Meine Klugheit und mein Übereifer führten jedoch zu einem anderen Ergebnis, als ich gehofft hatte. Sie entfernten sich, ohne mir die Frucht zu geben, in die einer von ihnen selbst hineinbiss. Sie brauchten mich nicht mehr zu belohnen, da das gewünschte Ziel auch so erreicht worden war. Am nächsten Tag kamen sie mit anderem Zubehör wieder. Einer trug eine Glocke, der andere schob auf einem kleinen Wagen einen Apparat vor sich her, der ganz so aussah wie ein Kurbel Generator. Da mir nun klar war, welche Art von Experimenten mit uns gemacht werden sollten, verstand ich diesmal, wozu sie diese Geräte benutzen wollten, bevor sie überhaupt angefangen hatten. Sie begannen mit Novas Nachbarn, einem großen Kerl mit besonders stumpfem Blick, der ans Gitter gekommen war und die Stäbe mit beiden Händen umklammerte, wie wir es nun alle taten, wenn die Gefängniswächter vorbeigingen. Einer der Gorillas schwang die Glocke, die einen dunklen Klang erzeugte, während der andere ein Kabel des Kurbelgenerators am Käfig anschloss. Nachdem die Glocke eine Weile lang geläutet hatte, begann der zweite Gorilla die Kurbel des Apparates zu betätigen. Der Mann machte einen Satz nach hinten und stieß klagende Schreie aus. Dieses Spektakel führten sie mehrfach an derselben Versuchsperson durch, indem der Mann mit Hilfe einer angebotenen Frucht dazu gebracht wurde, sich wieder gegen die Eisenstäbe zu pressen. Wie ich wusste, Bewegung setzten, sobald die Glocke erklang und bevor die elektrische Entladung erfolgte, ein weiterer konditionierter Reflex. Doch dies wurde an jenem Tag nicht erreicht, da die Psyche des Mannes nicht weit genug entwickelt war, um ihn einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung erkennen zu lassen. Während ich auf sie wartete, lachte ich innerlich, da ich es kaum erwarten konnte, sie den Seiten der Glocke ließ ich rasch die Gitterstäbe los und zog mich in die Mitte des Käfigs zurück. Gleichzeitig sah ich sie an und lächelte spöttisch. Die Gorillas runzelten die Stirn. Sie lachten überhaupt nicht mehr über mein Verhalten und schienen zum ersten Mal den Verdacht zu hegen, dass ich mich über sie lustig machte. Sie wollten jedoch trotzdem gerade wieder mit dem Experiment beginnen, als ihre Aufmerksamkeit durch die Ankunft neuer Besucher abgelenkt wurde. Drei Personen kamen den Gang entlang. Sira, das Schimpansenweibchen und zwei andere Affen, von denen einer offenbar hohes Ansehen genoss. Es war ein Orang-Utan, der erste dieser Spezies, den ich auf dem Planeten so rohr zu Gesicht bekam. Er war kleiner als die Gorillas und sein Rücken ziemlich stark gebeugt. Seine Arme waren unverhältnismäßig lang, sodass er sich beim Gehen oft auf seine Hände stützte, was die anderen Affen nur selten taten. Dies rief bei mir den merkwürdigen Eindruck hervor, er würde sich mit Hilfe zweier Gehstöcke fortbewegen. Mit seinem von langem fahlgelbem Fell geschmückten Kopf, der zwischen den Schultern klemmte, und seinem Gesicht, das in einem ständigen Ausdruck schulmeisterlicher Nachdenklichkeit erstarrt war, wirkte er auf mich wie ein alter Pontifex, ehrwürdig und feierlich. Sein Gewand hob sich ebenfalls von denen der anderen ab, ein langer schwarzer Gehrock, dessen Revers mit einem roten Stern verziert war. Die Kleidung wirkte insgesamt recht staubig. Ein kleines Schimpansenweibchen folgte ihm mit einer schweren Tasche. Ihrem Verhalten nach zu urteilen musste sie seine Sekretärin sein. Ich denke, man staunt nicht länger darüber, dass ich ständig bedeutsame Verhaltensweisen und Gesichtsausdrücke dieser Affen erwähne. Ich schwöre, dass jedes vernunftbegabte Wesen beim Anblick dieses Paares zum selben Schluss gekommen wäre wie ich, nämlich, dass es sich um einen erfahrenen Gelehrten und seine ergebene Sekretärin handelte. Ihre Ankunft bot mir die Gelegenheit erneut dass es bei den Affen eine Art Hierarchie zu geben schien. Sira zollte dem wichtigen vorgesetzten unverhohlenen Respekt. Die beiden Gorillas gingen ihm entgegen, sobald sie ihn sahen und grüßten ihn leise. Der Orang-Utan bedachte sie mit einem herablassenden Handzeichen. Sie kamen direkt auf meinen Käfig zu. War ich nicht das interessanteste Exemplar der Gruppe? Ich empfing diese Respektsperson mit meinem freundlichsten Lächeln und sprach in einem schwülstigen Ton mit ihm. Lieber Orang-Utan, sagte ich, wie glücklich ich bin, endlich in Gegenwart einer Kreatur zu sein, die Weisheit und Intelligenz ausstrahlt. Ich bin mir sicher, dass wir uns gut verstehen werden, sie und ich. Der liebe Alte war beim Klang meiner Stimme zusammengefahren. Er kratzte sich lange am Ohr, während er mit misstrauischem Blick den Käfig absuchte, als wittere er eine Täuschung. Dann ergriff Sira mit ihrem Heft in der Hand das Wort und las die Notizen vor, die sie sich über mich gemacht hatte. Sie ließ nicht locker, doch es war offensichtlich, dass der Orang-Utan sich nicht überzeugen lassen wollte. Mit schwülstigem Gebaren sprach er zwei oder drei Sätze, zuckte mehrfach mit den Schultern, schüttelte den Kopf, verschränkte dann die Hände hinter dem Rücken und lief im Gang vor meinem Käfig auf und ab, wobei er mir wenig wohlwollende Blicke zuwarf. Die anderen Affen warteten in respektvollem Schweigen auf sein Urteil. Zumindest waren sie scheinbar respektvoll, doch dieser Respekt wirkte auf mich nicht sehr echt, als ich einen der Gorillas dabei beobachtete, wie er dem anderen verstohlen ein Zeichen gab, an dessen Bedeutung man kaum Zweifel haben konnte. Sie nahmen den Chef auf den Arm. Dies verleitete mich in Kombination mit dem Verdruss wegen seiner Einstellung mir gegenüber dazu, ihm eine kleine Szene vorzuspielen, die sie alle von meinen geistigen Fähigkeiten überzeugen würde. Ich begann im Käfig auf- und abzuschreiten, wobei ich seine Haltung nachahmte, den Rücken gebeugt, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und die Stirn gerunzelt, als wäre ich tief in Gedanken versunken. Die Gorillas erstickten fast vor Lachen, und selbst Sera gelang es nicht, ernst zu bleiben. Der Sekretärin blieb nichts anderes übrig, als ihre Schnauze in die Tasche hineinzustecken, um ihre Erheiterung zu verbergen. Ich beglückwünschte mich zu meiner Vorführung, bis mir klar wurde, dass sie gefährlich war. Als er mein Gebärdenspiel bemerkte, war der Orang-Utan äußerst missgestimmt und sprach mit trockener Stimme einige strenge Worte, die sofort die Ordnung wiederherstellten. Dann blieb er vor mir stehen und machte sich daran, der Sekretärin seine Beobachtungen zu diktieren. Er diktierte sehr lange und untermalte seine Sätze mit pompösen Gesten. Langsam hatte ich genug von seiner Blindheit und beschloss, ihm einen weiteren Beweis meiner Fähigkeiten zu geben. Ich streckte meinen Arm in seine Richtung und sprach, so gut ich konnte, »mi Sajus«. Mir war aufgefallen, dass alle Untergebenen mit diesen Worten begannen, wenn sie ihn ansprachen. Sajus, so erfuhr ich später, war der Name des Pontifex. »mi«, ein Ehrentitel. Die Affen standen wie versteinert da. Das Lachen war ihnen völlig vergangen, besonders Syrah, die sehr durcheinander zu sein schien, umso mehr, als ich auf sie zeigte und hinzufügte »Syrah«, ein Name, den ich ebenfalls aufgeschnappt hatte und der nur ihrer sein konnte. Sajus war extrem nervös und begann erneut im Gang auf und ab zu laufen, wobei er immer wieder ungläubig den Kopf schüttelte. Als er sich endlich beruhigt hatte, gab er den Befehl, mich vor seinen Augen die Tests absolvieren zu lassen, die man seit dem vorigen Tag durchgeführt hatte. Ich kam meiner Pflicht mit Leichtigkeit nach. Ich sabberte beim ersten Pfiff, ich sprang beim Läuten der Glocke zurück. Diesen letzten Test ließ er mich zehnmal wiederholen, während er seiner Sekretärin endlose Kommentare diktierte. Zum Schluss hatte ich eine Idee. In dem Moment, in dem der Gorilla die Glocke schüttelte, löste ich die Klemme, die den elektrischen Kontakt zu meinem Gitter herstellte und warf das Kabel nach draußen. Dann ließ ich die Gitterstäbe nicht los und blieb an meinem Platz, während sich der andere Wächter, der meinen Trick nicht bemerkt hatte, damit abmühte, die Kurbel des nun harmlosen Kurbelgenerators zu drehen. Auf diesen Vorstoß, der für jede vernunftbegabte Kreatur ein unwiderlegbarer Beweis der Intelligenz sein musste, war ich sehr stolz. Tatsächlich bewies mir Siras Verhalten, dass zumindest sie zutiefst erschüttert war. Sie sah mich mit einer einzigartigen Intensität an, und ihre weiße Schnauze färbte sich rosa, was, wie ich später erfuhr, bei Schimpansen ein Zeichen von Aufregung ist. Doch nichts konnte den Orang-Utan überzeugen. Dieser Teufel von einem Affen begann erneut unangenehm mit den Schultern zu zucken und energisch den Kopf zu schütteln, als Sira mit ihm sprach. Er war ein methodischer Gelehrter und wollte sich Test mit mir, der aus einer Kombination der ersten beiden bestand. Diesen kannte ich ebenfalls. Ich hatte gesehen, wie er in bestimmten Labors an Hunden durchgeführt wurde. Es ging darum, den Probanden durcheinander zu bringen, ihn geistig zu verwirren, indem zwei Reflexe miteinander kombiniert wurden. Einer der Gorillas stieß eine Reihe von Pfiffen aus, den Ton der Belohnung versprach, während der andere die Glocke läutete, die eine Bestrafung ankündigte. Ich erinnerte mich an die Schlussfolgerungen eines bekannten Biologen zu einem solchen Experiment. Er meinte, es sei möglich, bei einem Tier, das auf diese Weise misshandelt wurde, emotionale Störungen hervorzurufen, die in bemerkenswerter Weise an eine menschliche Neurose erinnerten, und es sogar verrückt zu machen, wenn der Vorgang oft genug wiederholt wurde. Ich gab Acht, nicht darauf deutlich sichtbar erst auf die Pfeife, dann auf die Glocke und setzte mich in gleichmäßigem Abstand zu beiden mit in die Hand gestütztem Kinn in der traditionellen Denkerpose hin. Sera konnte sich nicht zurückhalten und klatschte in die Hände. Sarius zog ein Taschentuch hervor und trocknete sich die Stirn. Er schwitzte. Doch nichts konnte seine dämliche Skepsis erschüttern. Ich konnte es nach der heftigen Diskussion, die er mit dem Affenweibchen führte, deutlich an seiner Miene ablesen. Er diktierte seiner Sekretärin noch ein paar Anmerkungen, gab Sera, die ihm wenig zufrieden zuhörte, detaillierte Anweisungen und zog schließlich ab, nachdem er mir noch einen letzten mürrischen Blick zugeworfen hatte. Sera sprach mit den Gorillas und ich begriff rasch, dass sie ihnen befahl, mich in Frieden zu lassen, wenigstens den Rest des Tages über, da sie mit ihrem Material davongingen. Als sie allein war, kam sie zu meinem Käfig zurück und betrachtete mich erneut eine Minute lang schweigend. Dann hielt sie mir von sich aus ihre Hand in einer freundschaftlichen Geste hin. Ich ergriff sie bewegt und murmelte leise ihren Namen. Die Röte, die ihre Schnauze überzog, zeigte mir, dass sie zutiefst gerührt war. Sayus kam ein paar Tage später wieder und sein Besuch war das Zeichen für einen Umbruch in der Ordnung des Saales. Doch zunächst muss ich berichten, wie ich mich während dieses Zeitraums noch in den Augen der Affen hervortat. Am Tag nach dem ersten Besuch des Orang-Utans war eine Lawine aus neuen Tests über uns hereingebrochen, der erste davon beim Essen. Anstatt das Futter in unseren Käfigen abzustellen, wie sie es normalerweise taten, zogen Soram und Sanam, die beiden Gorillas, deren Namen ich endlich ebenfalls gelernt hatte, es in Körben mithilfe eines Seilzugs, mit dem jeder Käfig ausgestattet war, bis zur Decke hinauf. Zugleich brachten sie vier recht große Holzwürfel in jede Zelle. Dann zogen sie sich zurück und beobachteten uns. Es war mitleiderregend, die niedergeschlagenen Gesichter meiner Gefährten zu sehen. Sie versuchten zu springen, doch lang es, an den Korb heranzukommen. Einige kletterten am Gitter hinauf, doch wenn sie oben angekommen waren, konnten sie die Arme so weit ausstrecken, wie sie wollten. Sie konnten die Nahrung, die sich weit von den Wänden entfernt befand, nicht erreichen. Ich schämte mich für die Dummheit dieser Menschen. Ich muss erwähnen, dass ich sofort die Lösung des Problems gefunden hatte. Man brauchte nur die vier Würfel aufeinander zu stapeln, sich auf dieses Gerüst hinaufzuziehen und den Korb abzunehmen. Dies tat ich, wobei ich mich gleichgültig gab und so meinen Stolz verbarg. Es war nicht gerade ein Geniestreich, doch ich war der Einzige, der sich als so scharfsinnig erwies. Zorams und Sanams offensichtliche Bewunderung wärmte mein Herz. Ich begann zu essen, ohne meine Verachtung für die anderen Gefangenen zu verhehlen, die selbst dann nicht in der Lage waren, meinem Beispiel zu folgen, nachdem sie das Geschehen beobachtet hatten. Sogar Nova konnte es mir an diesem Tag nicht gleich tun, obwohl ich das Ganze mehrfach für sie wiederholte. Doch sie bemühte sich. Sie war mit Sicherheit eines der intelligentesten Gruppen Mitglieder. Sie versuchte, einen Würfel auf den anderen zu stapeln, stellte ihn jedoch unsymmetrisch auf, sodass sie erschrak, als er herabfiel und in eine Ecke flüchtete. Dieses Mädchen, das so bemerkenswert flink und geschmeidig war und bei dem jede Geste elegant wirkte, war genau wie die anderen unvorstellbar ungeschickt, wenn es darum ging, Gegenstände zu bewegen. Innerhalb von zwei Tagen erlernte sie jedoch den Vorgang. An jenem Morgen tat sie mir leid, und ich warf ihr zwei der schönsten Früchte durch die Gitterstäbe zu. Diese Geste brachte mir eine Streicheleinheit von Cera ein, die gerade hereingekommen war. Unter ihrer pelzigen Hand machte ich einen Buckel wie eine Katze, was Nova sehr missfiel. Derartige Anblicke machten sie wütend, und sie begann sofort in ihrem Käfig hin und her zu laufen und zu wimmern. Ich grenzte mich noch durch weitere Bewährungsproben von den anderen ab, einfache Worte der Affensprache zu merken und ihre Bedeutung zu verstehen. Ich übte ihre Aussprache, wenn Cera an meinem Käfig vorbeiging und sie wirkte immer verblüffter. In diesem Stadium befand ich mich, als Sarius nächste Kontrolle stattfand. Seine Sekretärin war wieder bei ihm. Außerdem begleitete ihn ein weiterer Orang-Utan, der genauso feierlich wirkte wie er, ebenso mit Orden geschmückt war und sich mit ihm auf Augenhöhe unterhielt. Ich ging davon aus, dass es sich um einen Kollegen handelte, der für meinen verwirrenden Fall als Berater gerufen worden war. Sie begannen vor meinem Käfig eine lange Diskussion mit Cera, die zu ihnen gestoßen war. Das Affenweibchen sprach lange und nachdrücklich. Ich wusste, dass sie sich für mich einsetzte, meine außergewöhnliche Sinnesschärfe hervorhob, die man nicht mehr bestreiten konnte. Ihre Einmischung führte jedoch zu keinem Ergebnis, außer, dass die zwei Gelehrten ungläubig lächelten. Ich wurde erneut dazu ermuntert, vor ihnen die Tests mitzumachen, bei denen ich mich als so geschickt erwiesen hatte. Der letzte bestand darin, eine Kiste zu öffnen, die auf neun verschiedene Arten verschlossen war. Riegel, Arretierstift, Schloss, Haken und so weiter. Auf der Erde hatte jemand, Kennerman, wenn ich mich nicht irrte, einen ähnlichen Apparat erfunden, um die Urteilsfähigkeit von Affen zu bewerten, und diese Aufgabe war die schwierigste, die einige von ihnen hatten lösen können. Mit den Menschen musste es hier genauso sein. Ich hatte den Test nach ein paar tastenden Versuchen ehrenvoll hinter mich gebracht. Sera hielt mir die Kiste selbst hin und wegen ihres bittenden Gesichtsausdrucks verstand ich, dass sie sich inbrünstig wünschte, dass ich meine Sache brillant machen würde, als hinge ihr eigener Ruf von dieser Probe ab. Ich bemühte mich, sie zufriedenzustellen und bediente ohne Zögern blitzschnell die neuen Mechanismen. Ich belies es jedoch nicht dabei. Ich nahm die Frucht heraus, die in der Kiste lag, und reichte sie galant dem Affenweibchen. Sie errötete und nahm sie an. Danach stellte ich all mein Wissen zur Schau und sprach die wenigen Begriffe aus, die ich gelernt hatte, wobei ich auf die jeweiligen Gegenstände zeigte. Diesmal erschien es mir unmöglich, dass sie noch Zweifel an meiner wahren Natur haben konnten, doch leider kannte ich die Blindheit der Orang-Utans nicht. Sie deuteten erneut dieses skeptische Lächeln an, das mich zur Weißglut trieb, brachten Sira zum Schweigen und begannen wieder miteinander zu diskutieren. Sie hatten mir zugehört, als wäre ich ein Papagei. Ich spürte, dass sie sich darauf einigten, meine Talente auf eine Art Instinkt und einen ausgeprägten Nachahmungstrieb zurückzuführen. Sie hingen wohl der wissenschaftlichen Regel an, die einer unserer Gelehrten so zusammengefasst hatte. In keinem Fall sollten wir eine Handlung als das Ergebnis der Ausübung eines höheren geistigen Vermögens interpretieren, wenn sie auch als das Ergebnis eines in der geistigen Skala weiter unten stehenden geistigen Vermögens interpretiert werden kann. In diese Richtung ging offensichtlich ihr Fach simpeln und ich begann vor Wut zu schäumen. Vielleicht hätte ich mich zu einem Wutausbruch hinreißen lassen, wenn ich nicht einen Blick von Sira aufgefangen hätte. Es wirkte ganz klar so, als sei sie nicht einer Meinung mit ihnen und als schäme sie sich ihnen dabei zuzuhören, wie sie diese Äußerungen in meiner Anwesenheit von sich gaben. Als sein Kollege endlich gegangen war, nachdem er zweifellos eine klare zu geäußert hatte, ging Sayus anderen Beschäftigungen nach. Er drehte eine Runde durch den Saal, betrachtete jeden der Gefangenen genau und gab Sira neue Anweisungen, die sie mitschrieb. Sein Gesichtsausdruck schien viele Veränderungen bei der Besetzung der Käfige anzudeuten. Ich brauchte nicht lange, um seinen Plan zu durchschauen und den Sinn der offensichtlichen Vergleiche zu erkennen, die er zwischen bestimmten Merkmalen dieses Mannes und jener Frau zog. Ich hatte mich nicht getäuscht. Nun führten die Gorillas die Befehle des großen Chefs aus, nachdem Sira sie ihnen weitergegeben hatte. Wir wurden paarweise aufgeteilt. Welche teuflischen Experimente würden dieser Paarbildung folgen? Welche Eigenarten der menschlichen Rasse wollten diese Affen in ihrem Experimentierwahn studieren? Durch meine Kenntnis von Biologielaboren fiel mir die Antwort ein. Für einen Gelehrten, dessen Forschungsgebiet Instinkte und Reflexe sind, ist der Sexualtrieb von fundamentalem Interesse. Das war es also. Diese Teufel wollten an uns, an mir, der sich durch eine Laune des Schicksals unter die Herde gemischt hatte, die Liebesgewohnheiten der Menschen erforschen, die Annäherungsweise von Männchen und Weibchen, ihr Paarungsverhalten in Gefangenschaft, um diese dann vielleicht mit vorherigen Beobachtungen derselben Menschen in Freiheit zu vergleichen. Wahrscheinlich wollten sie auch Selektionsexperimente durchführen. Als ich ihre Absichten durchschaut hatte, fühlte ich mich so gedemütigt wie noch nie zuvor und schwor, dass ich eher sterben würde, als mich für diese entwürdigenden Versuche benutzen zu lassen. Auch wenn meine Entschlossenheit nicht wankte, muss ich doch zugeben, dass meine Beschämung deutlich gemildert wurde, als ich die Frau sah, die mir die Wissenschaftler als Gefährtin zugeteilt hatten. Es war Nova. Fast war ich geneigt, dem alten Kauz seine Blindheit und Dummheit zu verzeihen. Ich setzte mich in keiner Weise zur Wehr, als Soram und Sanam mich packten und mich der Nymphe aus dem Gebirgsbach zu Füßen warfen. Ich werde die Szenen, die sich während der folgenden Wochen in den Käfigen abspielten, nicht im Detail wiedergeben. Wie ich erraten hatte, waren die Affen entschlossen, die Liebesgewohnheiten der Menschen zu studieren und sie gingen dieser Aufgabe mit ihren üblichen Methoden nach, indem sie die kleinsten Details notierten, mit allen Mitteln versuchten, Annäherungen herbeizuführen und manchmal mit ihren spitzen Stöcken eingriffen, um eine widerspenstige Versuchsperson zur Vernunft zu bringen. Ich hatte selbst begonnen, ein paar Beobachtungen zu machen, damit ich meinen Bericht, den ich bei meiner Rückkehr zur Erde veröffentlichen wollte, ein wenig ausschmücken konnte. Doch mir wurde dabei schnell langweilig, da die Darbietungen nicht besonders außergewöhnlich waren. Interessant war lediglich die seltsame Art und Weise, auf die der Mann der Frau den Hof machte, bevor er sich ihr näherte. Er vollführte eine Parade, die an das Paarungsverhalten bestimmter Vögel erinnerte, eine Art langsamer und zögerlicher Tanz, der aus vorwärts, rückwärts und seitwärts Schritten bestand. So bewegte er sich in einem Kreis, der immer enger wurde, einem Kreis, in dessen Mitte sich die Frau befand, die sich nur um sich selbst drehte, ohne sich vom Fleck zu rühren. Interessiert sah ich bei mehreren dieser Paraden zu, deren Grundablauf immer derselbe war, während sich die Details verändern konnten. Auch wenn ich die ersten Male ein wenig verblüfft darüber war, bei der Paarung zuzusehen, die den Abschluss dieses Vorspiels bildete, war ich bald so weit, dass ich dem Vorgang nicht mehr Aufmerksamkeit schenkte, als die anderen Gefangenen. Das einzig Überraschende an diesem Schauspiel war die wissenschaftliche Ernsthaftigkeit, mit der die Affen es beobachteten, ohne es jemals zu versäumen, den Ablauf in ihren Heften zu vermerken. Anders sah es aus, als sie bemerkten, dass ich an diesem Liebesspiel nicht teilnahm. Ich hatte es geschworen, und nichts hätte mich dazu bringen können, mich so zur Schau zu stellen. Die Gorillas setzten es sich allerdings in den Kopf, mich mit Gewalt dazu zu zwingen, und fingen an, mich mit Stichen ihrer spitzen Stöcke zu peinigen, mich, Ulysse Meroux, mich, einen Menschen, der nach dem Vorbild Gottes geschaffen wurde. Ich begehrte energisch auf. Diese Rohlinge wollten es jedoch nicht begreifen, und ich weiß nicht, was mit mir geschehen wäre, wenn nicht Syrah gekommen wäre, der sie von meinem Unwillen berichteten. Sie überlegte lange, dann kam sie zu mir, sah mich mit ihren schönen, intelligenten Augen an, und begann, meinen Nacken zu tätscheln, wobei sie mir einen Vortrag hielt, der wohl ungefähr so ging. Armer kleiner Mensch, schien sie zu sagen, du bist so merkwürdig, wir haben noch nie gesehen, dass sich einer von euch so verhält. Schau dir die anderen um dich herum an, tu, was man von dir verlangt, und du wirst dafür belohnt. Sie nahm ein Zuckerstückchen aus der Tasche und hielt es mir hin. Ich war verzweifelt. Auch sie hielt mich also für ein Tier, vielleicht ein wenig intelligenter als die anderen, aber dennoch ein Tier. Ich schüttelte wütend den Kopf und legte mich an einem Ende des Käfigs hin, weit entfernt von Nova, die mich mit verständnislosem Blick betrachtete. Dabei wäre es wahrscheinlich geblieben, wenn nicht der alte Sarius, der noch überheblicher wirkte als sonst, in diesem Moment erschienen wäre. Er wollte das Ergebnis seiner Experimente begutachten und informierte sich wie gewöhnlich zunächst über mich. Syrah musste ihm von meiner Widerspenstigkeit berichten. Er wirkte äußerst unzufrieden, ging eine Minute lang mit auf dem Rücken verschränkten Händen hin und her und gab dann gebieterisch ein paar Befehle. Soram und Sanam öffneten meinen Käfig, nahmen mir Nova weg und brachten mir stattdessen eine Matrone im Reifenalter. Dieser Pedant Sarius, der ganze und gar von wissenschaftlicher Methodik durchdrungen war, hatte beschlossen, dasselbe Experiment mit einer anderen Testperson durchzuführen. Das war nicht das Schlimme daran, und ich dachte nicht einmal mehr an mein trauriges Schicksal. Mit besorgtem Blick folgte ich meiner Freundin Nova. Entsetzt sah ich, wie sie im Käfig gegenüber eingesperrt und einem Mann mit breiten Schultern förmlich zum Fraß vorgeworfen wurde, einem Koloss mit haariger Brust, der sogleich begann, um sie herumzutanzen und mit hektischer Inbrunst zu der Liebesparade ansetzte, die ich schon beschrieben habe. Als ich den Zirkus sah, den der Kerl veranstaltete, vergaß ich meine guten Vorsätze. Ich verlor den Verstand und benahm mich einmal mehr wie ein Verrückter. Um die Wahrheit zu sagen, ich war buchstäblich verrückt vor Wut. Ich brüllte, ich heulte wie die Menschen von Soror. Ich drückte meine Wut so aus, wie sie es taten, warf mich gegen die Gitterstäbe bis hinein, geiferte, knirschte mit den Zähnen, benahm mich also ganz und gar animalisch. Das überraschendste an diesem Anfall war sein unerwartetes Ergebnis. Als er sah, wie ich mich gebärdete, lächelte Sajus. Dies war das erste Zeichen des Wohlwollens, das er mir zuteil werden ließ. Endlich hatte er das Verhalten der Menschen wiedererkannt und bewegte sich auf bekanntem Gebiet. Seine These hatte gesiegt. Er war sogar so guter Stimmung, von Syrah einwilligte, seinen Befehl zu widerrufen und mir eine letzte Chance zu geben. Man brachte die grässliche Matrone weg und gab mir Nova wieder, bevor der Roling sie angefasst hatte. Daraufhin zog sich die Affengruppe zurück und sie alle begannen, mich aus einiger Entfernung zu beobachten. Was soll ich noch hinzufügen? Diese Aufregung hatte meinen Widerstand gebrochen. Ich spürte, dass ich es nicht ertragen konnte, meine Nymphe einem anderen Mann ausgeliefert zu sehen. Feige fand ich mich mit dem Sieg des Orang-Utans ab, der nun über seine Finesse lachte. Ich deutete einen zaghaften Tanzschritt an. Jawohl, ich, einer der Könige der Schöpfung, fing an, Kreise um meine Schöne zu ziehen. Ich, das ultimative Meisterwerk einer tausendjährigen Evolution, begann vor allen versammelten Affen, die mir begierig zusahen, vor einem alten Orang-Utan, der seiner Sekretärin Notizen diktierte, vor einem Schimpansenweibchen, das liebenswürdig lächelte, und vor zwei kichernden Gorillas mit der Liebesparade. Ich, ein Mensch, Ulysse Meru, machte mich unter Berufung auf die außergewöhnlichen kosmischen Umstände daran, wie ein Pfau um die wunderschöne Nova herum zu stolzieren, wobei ich in diesem Moment davon überzeugt war, dass es auf all den Planeten und unter ihren Himmeln mehr Dinge gab, als ich die menschliche Vorstellung je hätte träumen lassen. Zweiter Teil Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich mich mit bemerkenswerter Leichtigkeit an die Lebensbedingungen in meinem Käfig anpasste. Im Hinblick auf Materielles lebte ich in vollkommener Glückseligkeit. Tagsüber lasen mir die Affen jeden Wunsch von den Augen ab, und nachts teilte ich das Lager mit einer der schönsten Frauen des Kosmos. Ich gewöhnte mich sogar so gut an diese Situation, dass ich ohne ihre Ungewöhnlichkeit oder das Erniedrigende daran zu spüren, über einen Monat lang keinen ernsthaften Versuch unternahm, ihr ein Ende zu setzen. Ich lernte gerade mal ein paar neue Worte der Affensprache. Ich gab meine Kommunikationsversuche mit Sera auf, sodass sie sich, falls sie einen Augenblick lang meine geistige Natur gespürt hatte, von Sarius überzeugen lassen musste und mich nun als Mensch